Amnesia Machine 4 Picks Ich weiß nicht, wie es da wirklich weitergeht In allem drum und dran Im ersten Teil, falls ihr es nicht gesehen habt Checkt auf jeden Fall die Folgen aus War ein bisschen komisch das Ende Aber Okay Aber vielleicht setzt ihr die Story hier beim zweiten Teil an Mal gucken Lass uns mal überraschen Bis Sado sehe ich leider nichts Also ich habe einen schwarzen Bildschirm Und habe ein bisschen eine Melodie hier drauf Er, der sich selbst zum Biest macht Entledigt sich des Schmerzes Menschlich zu sein Dr. Samuel Johnson Okay Daddy Daddy Please go kill me Wie Wöten Weil den Heiligen der Vater Was Und dann fängt er genauso An wie der Erste Also Nicht genauso, aber Wo sind wir? Warten wir jetzt hier auch irgendwo wieder an der Burg auf? Okay, ich kann mich noch nicht bewegen Sind wir jetzt eigentlich auch wieder fern? Okay Nein Okay Was ist denn? Mann, die haben wir von der Karte angesprochen Daddy Daddy Wo sind wir? Wo wachen wir auf? In einer Zelle? Hä? Okay, jemand hat uns aufgemacht und ist wieder aus dem Raum raus. Und jetzt sind wir wieder umgekippt? Oder wie? Der Liescher, die schiefe PX. Okay, auf jeden Fall haben wir hier eine Weinflasche. Also ich sag jetzt mal, dass das Wein... Es war ein Rotwein. So wie es aussieht. Hä? Die Flecken. Ja, sagen es. Sind wir. Okay. Klar. Also... So ein Rundenbett... Wünscht man sich, ne? Also... Mit so einer Zellentür... Drinnen... Kann man dann hier so... Klar. Klar. Darf man... Hat jeder zu Hause. Gott. Was ist das hier wieder... Schubladen? Kann ich die Schubladen aufmachen? So weiter... Ja, dann hier Tür auf Tür zu, damit ich den Hinweisen nachkomme. So okay, also wir sind hier in einem... Ich sag jetzt mal... Sehr schönem... Haus... Raum... Aufgewacht. Können hier wahrscheinlich wieder Kerzen und Co. aufmachen. So bewegen die Objekte leicht genug... Ah, okay. Was ist das denn? Was? Ist das eine Schweinsmaske? Okay, machen wir wieder zu. So, das hier kann ich bestimmt hier zum... Genau... Kann ich wegwerfen. Hier gibt's wieder Bücher. Bücher und Wallenpullen. In dem... In dem Schrank. Okay. Cool. So, hier haben wir noch einen Brief. 24. Juni 1899. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguar Fell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was? Was von Herzen kam, schmierte uns ein, es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und befreite uns alle. Die über übel riechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn spiegelt. Meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut im Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre. Eine Ratte. Eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst. Selbst das Laudadium kann ihren unersättlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen. Aber das erfüllt mich mit Angst, nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Also es gibt anscheinend hier auch wieder das Laudanom, was uns beim ersten Teil ja immer wieder Leben regeneriert hat. Das scheint es hier auch zu geben. Okay. Und wir sind in einem... Oh nein. Wir sollen die Kinder suchen? Wir sind in einem sehr, ich sag jetzt mal luxuriösen Haus hier. Ne? Überall sind hier irgendwie bei den Betten... Ich lege deine Hand und schaue das Blut zwischen deinen Beinen. Du lebst lange genug, um Edwin zu sehen. Aber nicht Enoch. Ich zeige sie, mein Lieber. Ich versuche dir das. Ja. Ich versuche dir das. Ne, das ist Amnesia 2, genau. Moin erstmal zusammen, genau. Fängt ja weich an, ja. Dein Lieblingswesen, Kinder. Genau so sieht es nämlich aus. Wenn ich Kinder suchen muss, die sich dann hier anscheinend in diesem Haus verstecken. Super. Super nice. Ne, ähm. Amnesia 1 haben wir gerade durchgespielt. Ähm. Ist ein paar Minuten leider zu spät dran. Äh. Aber alles gut. Ähm. Ist jetzt Amnesia 2, genau. Und, äh. Da gucken wir jetzt einfach mal rein. Die nächsten anderthalb Stunden. Und da schauen wir mal, was uns jetzt hier so bei Amnesia 2 so erwart. Gucken wir mal. Aber... Wer macht sowas? Also... Warum? Ver... Verstehe ich nicht. Also, warum... Warum macht man sich so ein Bett? Damit man nicht aufs Bett fällt? Ich meine... So eine hohe Fallhöhe ist es ja nicht. Ja. Also, aus dem Hochbett... Uh, da kann ich es verstehen. Also, jetzt nicht komplett umzäunt, aber... Hm? So einen gewissen Schutz haben. Ja, ist okay. Aber so komplett eingekäfert? Also, ne. In so einem Käfig. Paranoide Menschen. Ja. Mhhh. Papa, Papa. This way. Nö. Warum sollte ich jetzt... Pfff. Flackernde Lichter. Wir gehen einfach... Nö. Da gehe ich... Da gehe ich dann erstmal hier ins Badezimmer. Badezimmer ist immer... Immer supi. Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Was wir ja auch noch nicht gefunden haben, ist ja... Wie so eine Art Lampe. Oder Zunderbuchsen, damit wir hier die Kerzen wieder anmachen können. Vielleicht gibt es ja auch gar keine. Wer weiß. Aber ich glaube, wir müssen wirklich den Kindern hinterher rennen. Und... Das gefällt mir gar nicht. Genau, von da sind wir gekommen. Da sind wir lang. Verdammt, wir müssen doch nach oben. Ich kann ja auch nicht hier... Kann ich hier runter? Ne, kann ich nicht. Verdammt. Kann nur nach oben. Wann? Wir... Warum liegt der Ball? Äh... Okay. Wir nehmen den Ball mal mit. Was? Was war das? Äh... Okay. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall... Packend. Und es ist sehr still. Oh! 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 Uh! Oh! 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 Oh, wir hatten ja in der Notiz von wegen, die Kinder spielen auf dem Dachboden. Oh, nee. Nee, wir wollen doch nicht auf dem Dachboden, oder? Wir müssen auf dem Dachboden. Nein. Okay, warte, wir gucken mal kurz ins Memento. Dachböden und Kinderkrippen. Als Säuglinge schliefen sie doch auf dem Dachboden. Was? Als Säuglinge schliefen sie doch auf dem Dachboden. Vielleicht haben sie sich jetzt dort versteckt. Ich erinnere mich, dass ich darauf bestand, auf mittlerem Wege zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Büro. Warum? Auf dem Dachboden, warum, warum pack ich? Also, nee. Nee. Auf dem Dachboden, Säuglinge. Warum? Ja, und jetzt gehen wir nach oben. Flo. Wie, Batman? Wir sind doch kein böser Mann. Oder sind wir ein böser Mann? Was ist denn hier? Okay. Okay. Gänsehaut pur. Ich gehe wunderslang. Eieeeh. Ja, alte Dokumente, Golfschläger, Säuglinge. So, was man auf dem Dachboden eben halt so hat, ne? Klar. Oh, nee. Zum Teddybären und... Nee. Okay, nixer Zettel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Schriftart, die sie für dieses Spiel genutzt haben, ich habe arge Probleme, das zu lesen. Aber ich gebe mein Bestes. Edwins und Enochs Tagebuch. Zehn Tag, äh, nee, 11. Oktober 1899. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon auch schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein. Was? Im Garten war ein Schwein. Wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat. What? Ein Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Okay, kann man ja pflegen, ne? Kennt man ja so. Wenn man Kinder hat und so, pflegt man den. Dass das Kindermädchen mit Nudelholz es erschlägt und dann kommt zur Beerdigung, weil man das dann vergraben möchte und so. Kann ich alles nachvollziehen. Ist im Garten ein Schwein. Klar. Sind wir auf dem Bauernhof? Also, würde ja dann Sinn machen. Ne? Mit so einem Schwein. Aber. Nee. Einfach nee. Und da hinten sind jetzt, warte mal, hier. Die haben eine Laterne aufgehoben, mit deren Hilfe sie ihren Weg durch Dunkelheit finden. Aktivieren sie mit F und Lichtschrei gewünschte Aufmerksamkeit zusammenziehen. Finde ich okay. Muss ich denn aber das irgendwie wieder befüllen? Mit irgendwelchen Sachen? So, ne? Letztes Mal war es ja Öl. Ist das eventuell hier, äh, mit Batterien? Hier hinten. Hier hinten gibt's nichts. Gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Aber, oh nein. Nein, ich muss die Kiste wegschieben, damit ich da unten durchkomme. Oh no. Kann ich hier rüber? Kann ich hier dran vorbei? Okay. Und was mich auch mega irritiert, ich mein, das Spiel heißt ja Amnesia, äh, Machine for Pigs, glaube ich. Ähm, und überall sind hier diese Schwein, Schweinemasken, die wir so, so nebenbei finden. Finde ich, finde ich jetzt nicht. Ja, oh. Also ich guck gerne zu, aber das werde ich privat niemals anfassen. Ja. Kann ich nachvollziehen? Alter, diese Maske. Kann ich wirklich nachvollziehen? Das, äh, ist creepy auf einem anderen Level. Okay. Oh. Warum, warum spiele ich denn sowas jetzt mit Kindern? Warum? Hätte das nicht einfach noch, wie beim ersten Teil, einfach irgendwie Daniel, Hannesat, irgendwie so, aber, oh, mit Kindern. Warum? Was sind die, äh, wo sind wir denn? Sind wir immer noch auf dem Dachboden? Hier geht's ja runter. Hier sieht's ja schon wieder fast normal aus. Aber wir sind noch auf dem Dachboden. Da hinten haben wir durchgeschaut. Oh, nee. Leer, heu, 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 heu. Gerade sich da verstecken. Boah, jetzt weinen da auch noch die Kiddies. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Okay. Hier ist ein anderer Raum. Der sieht entspannter aus. Bin ich ehrlich. Und überall, ey. Also. Die haben auf jeden Fall Durst. Ne, also die trinken gerne mal ein Schlückchen Wein. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur ein Schlückchen. 24. Februar 1899. Ja, sagte er. Ich kenne diese Ruin. Er war ein schäbiger Kerl. Ganz zerfressen von einer übel riechenden Krankheit. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich komisch ansah. Als ob er wissen wollte, wie ich von ihnen erfahren hatte. Ich hielt mein Verlangen zurück, ihm für seine Respektlosigkeit eins auf die Ohren zu geben. Und sagte ihm, in der Bibliothek meiner Familie gäbe es faszinierende Reisebücher. Natürlich war das diesem ungebildeten Einfallspinsel zu hoch. Ich stimmte trotzdem zu, uns zu führen. Ich habe den Kindern erzählt, dass dies wahrlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Wenn diese alten Steine so viel Geld einbringen, wie ich voraussehe, wird es lediglich das erste von vielen sein. Okay, also er hat wie so eine Art Expedition gemacht, um Steine zu finden. Oder? Also, so, so Smaragde. Ja, ja, ich habe mir, ja, ja. Ich kann nur ja sagen. Es geht mir gerade nicht anders mit... Ich habe mich gerade wirklich, also auch mit der Tür... Puh. Das war jetzt nicht so schön. Okay, hier geht es auf jeden Fall runter. Da kann man vom Dachboden runter und die Musik wird ein bisschen unheimlich. Die Türen können ich, warum auch immer... Also, ich weiß nicht, ob die blockiert sind durch diese Schlösser. Aber ich kann sie zumindest auch nicht... Auch nicht, äh, anwählen. Was ist mit dem... Wirklich? Muss... Muss das? Muss das so? Okay. Also, ich würde jetzt mal zum Beispiel behaupten, in der ersten Folge, oder in der ersten... Äh, Amnesia-Geschichte, waren wir auf einer Burg. So, ne? Burg. War ja noch die, ne? Wissen wir ja? Burg und, äh, äh... Was war das andere, was ich gemeint habe? Schloss. Hier würde ich jetzt sagen, sind wir auf einem Schloss. Ne? Ist ja so repräsentativ. Und, äh... Sieht zumindest nicht burkmäßig aus. Und dann sieht es ja gemütlich aus. Muss man ja sagen. Und hier ist ein Tempel. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schreibe, oder? Ich finde es die wichtigste. Ah, Sie haben eine dieser wunderbaren Gemüse-Bilden. Nein, natürlich nicht, mein lieber Freund. Es ist mein eigenes Design, Professor. Und mit allem, was Sie sehen. Die wichtigste. Sie verstehen natürlich, worüber die Ministerin mir sendet. Dass sie... ...Konzerne haben. Wovor? Also, worüber haben sie sich Sorgen gemacht? Also. Was hat er hier gemacht? Hier sind nochmal Bücher. Bücher. Oh nein. Oh nein. Diese Steintafeln kenne ich irgendwoher. Oh nein. Der ist doch jetzt nicht zu... ...zu dem Brenberg anwesend gegangen. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Warum? Also. Wenn dir mal so ein Ding auf den Kopf fällt, dann gute Nacht. Oi, 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 oi. Okay, ähm, ja. Was ich sagen wollte, ist, ich hoffe, er ist jetzt hier nicht, äh, äh, zu diesem Anwesen da gegangen, um... ...da irgendwie die Sachen zu finden. Das wäre... ...schon... ...nicht gut. Oh, 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 oh. So, okay. Ich finde schon mal gut, dass wir jetzt gerade aktuell die Kinder wieder... ...also aktuell nicht hören, ne? Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Bis das sich ändert. Okay. Hab ich... ...ein Telefon. Das klingt. Okay. Kurze Zusammenfassung. Äh, paranoide... Was? Alkoholiker mit zwei Kindern und einer Nanny. Sie lassen ihre Kinder als Säuglinge auf dem Dachboden pennen. Als sie einen verletzten Vogel finden, tötet die Nanny diesen. Als sie den Vogel beerdigen wollte, tauchte ihr ein Schwein auf... ...und der Vater zwingt die Kinder ins Haus zu gehen. Ja. Das ist eine schöne, kurze Zusammenfassung. So kann man... So kann man sagen. Jetzt hab ich mich vor dem Klingel erschrocken. Okay. Gehen wir mal hier ran. Hallo? Precious Eagle Cactus Fruit. Help us. Adler-Kaktus-Frust-Frust-Frust? Also wir hatten ja auch irgendwas in dem ersten Teil. Irgendwas mit den Adlern war ja auch immer gewesen. Was ist denn jetzt die Adler-Kaktus-Frust? Ey, das ist auf mir sich ein an. Das ist unglaublich. Was ist denn jetzt die Adler-Kaktus-Frust? Muss man wahrscheinlich in die Küche dazu. So, 7. November 1898. Die Bank sperrt sich gegen den Kredit. Diese ignoranten Schweine. Nachts, wenn die Kinder und Diener festschlafen und mich nicht hören können, weine ich alleine. Mein Liebling. Oh, wie sehr ich dich jetzt bräuchte. Sie sagen, dass ich mein Vermögen verprasst habe. Dass meine Investitionen in die neuesten Maschinen den Familiennamen ruiniert haben. Wie bitte? Ich soll ein Heisiger? Ein hiesiger Metzger bleiben? Wir sind Metzger. Okay. Verstehe ich das? Ein bisschen auch mit den Schweinen. Aber nicht im Garten. Aber okay. Was sind diese beiden Waffen schon im Vergleich zur Vielzahl derer, auf die man ohne Bezahlung, ohne Mühen durch die Adaption der Mensch Mechanismen Zugriff hat, die man in den Webstühlen und den Mühlen finden kann. Wenn sich die Bank aber durchsetzt, wird alles umsonst gewesen sein. Ich schwöre, sollten sie sich das Haus holen wollen, dann werde ich sie töten. Ich werde sie alle töten. Mein Gewehr werde ich nehmen. Mein Gewehr. Paranoid und wahnsinnig. Das ist die perfekte Kombi. Ja, das ist wohl... Das ist... Nee, also... Nee. Was ist jetzt hier im letzten... Nix drin. Aber ey, wirklich. In jedem Schrank habe ich bis dato diese Pullen hier gefunden. Halten Sie die linke Maus. Was ist das? Hä? Warte mal. Macht sich da eine Tür auf? Okay. Oh, Geheimgänge. Geheimgänge. Oh nein. Okay, hier gibt es wieder einen Hebel. Den betätigen wir jetzt noch nicht. Ich würde mal hier lang gehen. Okay. Wir gehen einfach mal ein bisschen gucken erst mal. Uns umschauen. Oh Gott, wir können... Oh Gott. Wir können in jedes Zimmer gucken. Was hat er hier gemacht? Und da ist schon wieder so eine Schweinermaske. Was ist das? Was hat er hier gemalt? Was sind das für Bilder? Nein. Was? Überall da, wo Spiegel hängen, da... Da war da so ein... So ein Spionage? Hier ist wieder ein Hebel. Hier ist wieder ein Hebel. Also, ich check das jetzt mal ganz kurz, indem wir jetzt mal kurz hier nach hinten gehen. Wenn ich jetzt den Hebel ziehe, dürfte vielleicht sogar die Tür hier zugehen. Ah, okay, verstehe. Und mit dem anderen Hebel können wir dann natürlich die andere Tür öffnen. Jetzt habe ich hier noch ein Hebel. Und jetzt... Urwerk und die Seele. Ersatz ist unbefriedigend. Ähnelt sehr einer Pumpe. Besser den Darmkanal. Wie ein Bandwurm beherbergt bereits die Intrusion und... Die Brut. Messing besser als Kupfer. Widerstandsfähiger. Fäden auf Knochenunterlage genäht. Okay. Magröhrenentfernung mit Nadelpotenzial. Verbundersatz unkompliziert. Reagiert auf elektromagnetische Reize zur Steigerung des Umsatzgrades. Serum ermöglichte, beschleunigte Zurücksetzung, was zur naturalisierten Bewegung innerhalb von zwei bis drei Tagen führt. Den Probanden muss immer noch der Stirnlappen abgetrennt werden, um nach der Reaktivierung emotionale Verzweiflung zu reduzieren. Verdammt, verdammt nochmal. Verdammt sei diese klägliche Seele, wenn sie sich nur ein Uhrwerk wäre. Okay. Äh. Ja. Was? Okay, also ich verstehe das Spiel noch nicht komplett. Ich bin jetzt davon aus wie alt, wir sind Metzger. Das ist wahrscheinlich nicht. Wir sind auch... Äh. Komisch? Äh. Jetzt passiert schon wieder was. Hört doch mal auf. Okay. Wo geht's hier hin? Zwillige Ehren, ein Bankett. Vier glasklare Orbi festgemacht an einem Punkt. Am himmlischen wünscht dir... Was? Wisch dir deine Hosen ab. Mann. Das ist Blut im Schweiß und es sieht gar... Oh Gott. Nachbeben. Ja, irgendwie haben die Spiele das irgendwie aller an sich, dass die immer irgendwelche Erdbeben haben. Seite zum Rennen links gedrückt. Genau, okay. Ja, Shift. Wissen wir ja. Ah, und hier könnte ich jetzt endlich runter. Okay. Was? Welche? Oh. Wie? Okay. Ich weiß noch nicht, ob wir ganz... Ich wollte nur hier oben gucken gehen, ob es hier noch andere Türen gibt, die ich öffnen kann. Und dann werde ich hier so überrumpelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Können wir springen? Wir können auch springen. Genau. Okay. Cool. So. Ja, wir haben aber auch super viele Gemälde hier, also. Und da ist eine Bar, klar. Warum sollte man natürlich in so einem Anwesen... Ja, klar, hat man da natürlich eine Bar. Und einen riesen... Einen riesen Esszimmer. Was ist hier los? Also, wenn mir jemand ein Horror-Game sagt, wie man rennt, dann werde ich richtig paranoid. Ja, weil... Das bedeutet meistens, wenn du keine Waffe hast, weil du kannst dich ja nicht verteidigen, dass du wegrennen musst. Oder kannst. Nicht musst, aber du könntest, ja. Was haben wir hier? Knotenblatt, oder was? Nee. Das ist ein Lied. Dieses Herz, schlaf, mein Kind, schlaf. Dein Herz schlägt unter meiner Hand. Und ich wiege dich in diesem offenen... Äh, in diesen offenen Wunden mein... Mein... Dieses Herz, sanft weiter durch mich. Und dein Herz gehört mir. Und ich wiege dich in dieser verdunkelnden Liebe dieses Herz. Träum diese heilige Wunde, wird bluten. Und die Engel trauern, nur um dich schlafen zu sehen, mein Kind. Schlaf, und ich werde dich wiegen. Und... Nee. So. Engel werden dich schlafen sehen und... Ähm... Ähm... Gott. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist... Das macht einen komplett sprachlos. Finde ich persönlich. Okay, hier haben wir Besteck. Hier haben wir wieder eine Waffe. Kann ich mit der irgendwas machen? Und der hat... Was hat er denn hier auf dem Kopf? Ist das ein Puma? So. Oder ein Tiger? Äh. Okay. Äh. Dö-dö-dö-dö. Okay. Hier will ich hier... Okay. Komm. Wir gehen... Wir gehen erstmal da, wo er das Spiel eigentlich uns hinleiten möchte. Richtung Bar. Ich glaube dir. Er hat die Kinder wie den Vogel behandelt, gerade. Ich hoffe nicht. Äh. Bitte. Oh Gott, okay, da haben wir wieder ein Grammophon, da finden wir wieder ein paar Infos. Achso, ich wollte eigentlich hinterlieber, aber da können wir natürlich auch hier hin. Ja, also. Nee. Nee, was sieht da alles wieder? Da auch! Überall! Das muss ich sagen, mein lieferer Mann, du kaltest dich. Ja, ich... Ich sehe, dass du etwas in Mexiko aufgenommen hast. Ich verstehe, was du durchgebracht hast. Ein kleiner Mensch hätte krummelt, aber du hast alles gemacht. Deine große Fabrik, deine Charities. Es ist ein Wunder für einen Melon-Level. Es wird alles klar gemacht, Professor. Aber erstens, einen Drink. Saft, Drink zu sich genommen. Oh, nee, ey. Warst du gestern noch beim Kapuzenrum? Ja, war ich gestern. Gestern war ich noch beim Kapuzenrum kurz. Er ist ein bisschen verspätet gestartet, um 18.10 Uhr oder so war das, glaube ich, erst. Hab da mal kurz reingeschaut, weil er hat, glaube ich, auch was Interessantes gespielt. Ich glaube, irgendwie mit Backrooms. Und ich wollte mich, weil wir das vielleicht auch noch für den Kanal nutzen, wollte ich mich nicht ganz spoilern lassen. Aber heute wollte ich mir mal den Dings angucken. Den, ähm... Mr. Ist-Dot? Nee, ist-der-dot? Ist-der-dot, glaube ich, hieß es. Da wollte ich heute mal reinschauen. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Links oder rechts? Komm, du darfst auch suchen. Gehen wir jetzt nach da? Oder gehen wir eher nach da? Ja... Also, ne? Links oder rechts? Ich weiß nicht, also... Das... Okay... Nach rechts. Okay... Na dann... Gehen wir mal nach rechts. Ein Telefon! Ne? 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 Ne. Eine! Ne? der Sinn. Und die Maschinen sind unter uns. Das heißt, unter unserem Gebäude haben wir eine Fabrik? Äh. Das ist ja schon ein bisschen komisch. Achso, hier sind wir wieder. Hä? Wie? Ah, lol. Ah, okay. Cool. So, dann gehen wir doch mal raus. Draußen dürfte ja vielleicht nicht so viel passieren. Also, äh. Ist ja offenes, offenes Terrain. Aber wir kommen hier auch nicht weit. Okay. Hä, warum kommt mir der jetzt raus? Na gut. Denn, würde ich jetzt sagen, gehen wir mal wieder zurück und dann nach links. Oh, Mann. Oh, nee. Können wir die Fenster öffnen? Nee, können wir nicht. Wir haben wieder einen kleinen Brief. 20. Dezember 1899. Ich muss einen Besucher empfangen. Den angesehenen Professor. A Punkt. Er soll nach meiner langen Abwesenheit vom Club meiner geistigen Gesundheit überprüfen. Warte mal. Bitte nochmal. Er soll nach meiner langen... Nach meiner langer... Warte mal. Er soll nach... meiner langen Abwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Okay. Ich bin aber nicht stumpfsinnig. Er soll sich... Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Ripper nachstellten, rief man ihn oft herbei, um die Schnittwunden und fehlenden Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guder, würde er sagen. Um meinen Trauern wird er sich sorgen und dann ganz nebenbei wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschine werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er von Verlust. Nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen und mir einen Schwarm Profitler und Diebe und Diebe auf den Hals erhetzen. Also muss ich diesen Kaspar unterhalten und seinem Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm die Kuttlerei zeigen. Okay. Mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern in den Innereien unbeholfen fizierte Huchen geschult ist, tatsächlich stark genug ist für einen Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm sogar Jack vor. Oder zumindest seine Söhne. Seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Ja, bitte entschuldigt wirklich mein Lesen. Diese Schriftart ist für mich echt schwierig. Wirklich. Wirklich schwierig. So, ist der Dot war gestern nur am Anfang. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, finde ich. Aber leider kann ich so lauten oder besser gesagt sehr aktiven Menschen nicht lange zuschauen. Kann ich nachvollziehen. Oder nicht lange mit solchen Menschen reden. Sonst ist er, finde ich, ein toller Mensch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Kapuzenwurm ist speziell, sagen wir es mal so. sehr hektisch manchmal springt und so einen ganzen Kram. Aber ich mag ihn trotzdem. Aber wie du schon schreibst, ist er eben sehr sympathischer Mensch. So. Okay, also wir haben anscheinend mit Jack the Ripper zu tun. Ein bisschen. Hier ist ein Spiegel. Ja, und müssen irgendwie Sachen vorbereiten. Und unten, also es wird immer, von unten wird immer gesprochen, dass da Maschinen sind. Bin echt gespannt, wie, wie tief das Ganze hier schon wieder geht. Ähm, ja. Mein Problem ist jetzt, dass ich jetzt schon, schon wieder nicht weiß, wo es hin geht. Über Beeren und Badewannen. Und nach der Party nahm sie einen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästezimmer, äh, ins Gästebadezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Lilibet? Mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer und was meins, was meins betrifft, nun ja, es hat auch seinen Geheimkammer. Mein Tagebuch. Der Fiebertraum? Habe ich das alles noch nicht? Wo wir einst saßen, um Lili hinscheinend zu beklagen und da Waffen zu schwächen? Ich dachte, das wäre hier so, das, das, irgendwo, wo ich sehen kann, was so meine nächsten To-Do's sind. Aber nein! Ist ja doch ein bisschen anders aufgebaut. Verdammt. Okay. Ah, hier kommen wir auch weiter raus. Cool. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? vor uns geht's wieder nicht gut? Ja, ich glaube auch, das... Ach genau, da standen wir. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen? Gott. Es erinnert mich so gerade so ein bisschen an Resident Evil 2, äh, dem Part, den ich gespielt hatte mit Claire, wo wir bei dem Chief angekommen sind, in seinem Büro, der auch so ganz viele ausgestopfte Tiere da hatte. Weil er ja ein Jäger ist. Aber gut. So, können wir uns denn hier die Bilder noch weiter angucken? Was haben wir denn hier so feines? Aha. Gott. Also, das scheint wirklich eine Jägerfamilie zu sein. Ne? Also, macht ja auch irgendwo Sinn. Oh, und da ist auch schon wieder... Ich würde gerne wissen, was das bedeutet. Wie, ich kann das verschieben? Warum kann ich den verschieben? Okay. Hat sich jetzt erklärt, warum ich den verschieben kann? Dann gucken wir doch einmal noch mal ganz kurz hier so ein bisschen uns um, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Oder hätte ich die ganze Zeit hingekonnt, indem ich einfach den Raum hier... Ach Gott. Einfach weiter gefolgt wäre. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Okay, die Tür geht wieder nicht auf. Na, dann gehen wir doch mal durch die wunderbare geheimen Tür hier und... Kann ich das jetzt auch wieder zumachen? Gibt's dafür wieder so'n Hebel? Anscheinend nicht. Wo ist denn wir hier denn jetzt? Ist das jetzt... Also, das scheint ja jetzt das Gebiet zu sein, wo... die Maschinen sind. Ne? Also, hehehe. Klärt sich ja, glaube ich, von selbst. Aber, äh... Ist schon... Ist schon... Komisch. Äh, was bei Streamer natürlich mal sehr hochnäsig finde, ist der nur-Follower-Modus. Bei circa 50 oder mehr aktiven Leuten kann ich das verstehen, aber dass ich auch schon öfter bei Menschen mit nur ein, zwei Zuschauern gesehen habe, die den Modus aktiv haben. Ja, ich... Das muss nicht sein. Also, solange man sich natürlich im Chat benimmt, ne? Bin ich immer da... Voll und ganz der Meinung, ähm, muss man jetzt da nicht irgendwie mit Follower-Modus oder, äh, Emotion-only oder sowas, äh, irgendwie da rumhantieren. Okay, wir machen mal die Maschine aus. Ich hab auch die... Kann ich auch wieder anmachen? Verdammt! Ich hab mir so ein bisschen das angewöhnt von Stevie, äh... der ja einfach, wenn er einen Knopf sieht, äh, guck mal, das ist ein Knopf, ich drück mal drauf. So, irgendwie hab ich mir das angeeignet, so, wenn ich einen Hebel sehe, Knopf sehe oder so ein Rädchen. Oh, was passiert? Komm, lass mal drehen. So, über... Ohne darüber nachzudenken. Einfach... Einfach machen. Warum? Weiß ich nicht. So, wir haben jetzt das Rädchen gedreht und die Maschine ausgemacht. Aber wir kommen nicht weiter. Oder? Kommen wir jetzt hier irgendwie dahin? Nee. Genau als du reingegangen bist, ist das Stream bei mir abgestürzt. Das ist aber alles wieder gut. What? Das Stream ist abgestürzt? Okay, ich hoffe, dass das alles stabil bleibt. Ist auf jeden Fall nicht gewollt. Ähm... Was mach ich denn jetzt? Jetzt hab ich hier an dem Rädchen gedreht, ohne zu wissen, was dieses Rädchen überhaupt macht. Und da hinten ist jetzt irgendwas passiert. Und ich komm da aber nicht hin. Also, oder? Aber warte mal, vielleicht kann ich ja jetzt andere Türen öffnen. Warte mal, du standst doch noch nicht hier, oder? Du standst doch vorhin da hinten in der Ecke. Ich weiß es nämlich ganz genau, dass der Vogel da hinten stand. Weil, ähm... Das ist noch... Wie so eine Art Eule ist. Hörst du das? Hast du, hört dir das? Als ob da jemand was schleift? Wut, 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 wut. Was passiert? Oh, nee! Okay. Okay. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich geh hier nochmal kurz rein. Auf jeden Fall hat sich die Eule umgesetzt. Find ich nicht gut. Okay, hier kann ich immer noch nichts drehen. Hä? Hey, ich hätte gedacht, ich hätte jetzt da hinten hinten rein gekonnt. Also, bis auf, dass ich einen Schock fürs Leben gerade bekommen habe, aber... Okay. Nur bei mir hab mir einen schlechten WLAN manchmal fast... Äh, was? Nur bei mir? Hab sehr schlechtes WLAN manchmal. Das ist schon so, als hätte ich meinen WLAN einen... Ja, es ist... An manchen Tagen läuft's gut und an manchen Tagen nicht so. Woi? Nee! Gerade eben ging noch die Tür auf. Okay. Das Spiel verwirrt mich. Also, es ist nichts Neues, aber... Äh. Okay, die Tür kriegen haben wir jetzt nicht weiter aufgekriegt. Warte mal, wir hatten doch auf der anderen Seite hatten wir doch auch noch was. Ja, also, ich will da... Sagen wir mal so, ich möchte zumindest weiter vorankommen. Ob ich jetzt da wirklich in diesen einen expliziten Raum da wirklich rein möchte? Weiß ich nicht. Aber, äh... Wie geht's sonst weiter? Also, wir können mal gucken, weil wir hatten ja hinten noch den... den... die... die Tür hier. Genau, die ging ja auch nicht auf. Hm, okay. Aber wir haben da was schleifen gehört. Wir gehen jetzt nochmal wieder zurück. Also, ich überlege jetzt gerade mal so, ich versuche das mal so zu verstehen irgendwie. Wir haben da irgendwas schleifen gehört und sind denn da hin. Haben die Tür versucht zu öffnen und... haben einen Schock fürs Leben bekommen. Also, ich zumindest. so, wir können jetzt hier an dem Rädchen aber nichts weiter machen. Die Tür kriegen wir nicht auf, weil es wahrscheinlich keine Tür ist. Und hier kann ich nichts weiter machen. Glaube ich. Hier haben wir noch ein paar Weinpullen. Die könnten wir trinken. Ja. Oder muss ich hier irgendwas... Nee, hier ist ja auch nichts weiter. Hier kann ich nichts drehen. Egal in welche Richtung. Okay. Äh. Also, gibt es eine Möglichkeit, dass du weiterkommst, binde den Haupteingang und geh wieder raus. Dann lauf, bis du nicht mehr kannst. Und ein Auto bindest. Ja. Aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht raus, weil wir sind nämlich gar nicht irgendwie ins Haus reingegangen, sondern sind ja in dem einen Raum einfach nur aufgewacht. Ja, das ist ähnlich wie mit dem ersten Teil. Bisher auch einfach nur in dem Schloss da aufgewacht, in Brandenburg. Und ähnlich bin ich ja jetzt hier auch aufgewacht. Äh, in einem Raum, in einem Bett, was komplett ummauert war. Wie so eine Art Gefängniszelle. Warum man sich sowas holt, keiner. So. Aber jetzt sind wir ja wieder hier. Okay. Warte mal, hier ist ja der Haupteingang. Wir können ja mal in einer Theorie mal nachfolgen. Vielleicht kommen wir ja hier raus. Ich hätte jetzt gelacht, wenn die jetzt die Tür aufgegangen wäre. So. Ähm. Hier unten haben wir nichts. Hier waren wir schon. Genau, da sind wir dann links, rechts, rechts, links. Hier sind wir doch am Anfang auch langgegangen. Genau, oder hat doch das Telefon geklingelt. Hier sind wir raus. Genau, und hier sind wir wieder. Also super, jetzt sind wir mal im Kreis gelaufen. Sehr clever. Können wir denn oben noch irgendwas machen? Also haben wir jetzt irgendwie die Möglichkeit, oben hat sich da vielleicht irgendwas getan? Okay, dann schlaf wieder ein. Vielleicht ist es nur ein Albtraum. Ja, zwickt mich. dann wache ich vielleicht auch von meinem Albtraum auf. Aber hier ist ja auch nichts. Aber hier haben wir noch ein Zettelchen. Edwin und Ennors Tagebuch. 3. Oktober 1899. Papa sagt, dass wir nicht mehr mit den Tieren spielen dürfen. Wir haben mit Cock Verstecken gespielt und er kam und schrie uns an, als wir uns gerade hinter Herrn Brumbeer verstecken wollten. Cock sagte, dass er wegen der Waffen ärgerlich sei, aber das kann gar nicht sein, weil er uns immer beim Polieren helfen lässt. Egal, in diesem Zimmer spukt es. Wenn man dort in der Nacht herumschleicht, kann man die Geister in den Wänden hinter den Schaukästen hören. Sie sind oft wütend, jedenfalls hört es sich so an. Wir glauben, dass man sie selbst mit ihren Ketten rasseln, dass man sie deshalb mit ihren Ketten rasseln, Türen zuschlagen und sowas hören kann. Das gefällt uns eh nicht. Ah. Ich springe die Treppe runter, kann es mich leider nicht zwicken. Oh, kommen wir hier runter? Kriegen wir wieder Schaden? Wir können doch mal probieren. Können wir? Können wir das Spiel? Ah, guck mal. Ich komme hier nämlich nicht so, nehme ich nicht auf. Nee. Lässt mir das Spiel nicht zu. Aber ich habe eine Idee. Und zwar mit dem Brief, den wir jetzt gerade gelesen haben, mit dem Tagebucheintrag. Kann ich hier einfach runter? Ja, das Spiel lässt einen wirklich nicht zu. Hier ist eine Invisible Wall. Aber mit dem Tagebucheintrag haben die ja jetzt gerade auf die Tierpräparate da so ein bisschen hingewiesen. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich meine, klar, den einen Bären wird wahrscheinlich auch hauptsächlich der Hinweis sein, dass wir eben halt das Ding da verschieben müssen, um weiter vorwärts zu kommen, um in diesen einen Raum rein zu gelangen, aber nee. bei den Waffen ist auch nichts. Die machen wir mal zu. Die hier auch. Die auch. Was mich eben halt extrem wundert, ist eben halt das mit der Eule. Weil die stand definitiv hier in der Ecke. Auf jeden Fall. Ich glaube, Twitch hat einem die Möglichkeit sozusagen, dass man blind oder taub ist. Ja, du kannst mittlerweile bei Twitch, hast du die Möglichkeit, individuelle Icons vorne hin zu setzen. Dass du zum Beispiel nur den Ton verfolgst, aber nicht zuschaust. Oder zuschaust, aber den Ton nicht anders. hast. So. Aber hier kommen wir nicht weiter. Das ist jetzt komisch. Muss ich ehrlich gestehen, bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, ich weiß nicht, was ich als nächstes machen muss. Also, kommen den Steps, den nächsten, komme ich nicht weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Also, wir haben ja leider nur diese Tagebuch und gefundene Dokumente. Edwin's Tagebuch, genau. Es war noch was mit Waffenproblemen bei dem Brief, aber das haben wir ja auch, glaube ich, schon herausgefunden mit der, oder? Mit der Waffe. Was ist denn, wenn ich jetzt das da wieder, kann ich den hier wieder zumachen? Und geht dafür vielleicht. die Tür dann auf? Nein. Scheiße. Scheiben, gleich der. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Ich kann wirklich nur das hier anmachen. Also, hier rüberschieben. Damit halt die Tür aufgeht. Aber sonst komme ich nirgendwo hin. Lampe an, Lampe aus, okay, ja, schön, schön, schön. Ah, das ist doch jetzt, das ist richtig ärgerlich gerade. Okay, komm, wir versuchen es jetzt mal wirklich in Ruhe. Was haben wir denn noch so? Der Fiebertraum. Ich wache auf, allein in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und furchtbares Grab, das mich zum Abstieg in den Leben ruft, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich meine Kinder rufen und ich werde antworten. Ich werde sie finden. So, Dachboden, Kinderkrippe haben wir gelesen. Wo wir einst saßen, um Lilies Hinscheiden zu beklagen, unter Waffen zu schwach zum Bezwingen der Engel, um sie aus dem Himmel zurückzuholen zu können. Schau hinter die Gemälde, Oswald, wo du ihr einst beim Baden zusaßt. Die Kinder müssen diesen geheimen Ort entdeckt haben und sich dort verborgen haben. Okay. Ich stimme am Telefon, er spricht so, als würde er mich kennen und ich scheine mich tatsächlich an ihn zu erinnern. Wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Ich spüre, dass wir miteinander verbunden sind. Aber wie, das verstehe ich nicht. Ich bin ein ertrinkender Mann, der in seinem eigenen Haus nach der Oberfläche krallt. Krallt. Unter mir, das weiß ich, befinden sich wunderschöne Konstruktionen, verborgen in der Dunkelheit, wenn ich nur die Eingänge finden könnte. Über Beeren und Badewanne. Und nach der Party nahm sie meinen Arm und sagte, Liebling, wie bist du denn so schnell vom Trophäenzimmer ins Gästebadezimmer gekommen? Alle halten dich für einen Zauberer. Liebe, mein Liebling, das Haus meines Vaters hat viele Zimmer und was man meins betrifft, nun ja, es ist auch ein Geheimkrank. Ja. Aber hier gibt's doch, hier gibt's doch, hab ich hier irgendeine Tür übersehen? Hast du denn Inventar? Nee. Also ich drück zwar, warte mal, I, Tab. Also Tab war's beim letzten Ding. Da hatte ich ein Inventar. Hab ich hier diesmal nicht. Zumindest, oder ist es noch nicht freigeschaltet. Fangen wir mal so. Ich kann auch nicht immer alle Gegenstände irgendwie anscheinend aufnehmen. Das ist auch ein bisschen komisch. So, mit den Gemälden. Wir haben ja das Badezimmer. Das eine Badezimmer haben wir ja gesehen und da sagte er ja von wegen, da wo ich durchgeguckt habe, wegen Gemälde. So, warte mal. Da können wir ja nochmal hin. War das nicht hier? Warte mal. Oh, jetzt geht's wieder los. Mein Orientierungssinn. Hier ist ein Badezimmer, ne? Genau. Okay. Hinter dem Gemälde. Ah, lol. Okay. Gut, dass wir uns das nochmal durchgelesen haben. Kannst du den Vogel antippen? Welchen Vogel? Bin ich wahrscheinlich schon dran vorbei. Ähm, das scheint mir aber nicht auszusehen wie Weinflecke. Bei dem anderen Ding haben wir ja gesagt, Rotweinflecke. Das wäre sehr viel, wobei, sehr viel Rotwein, ja, wir haben ja anscheinend hier Rotwein On-Mass. Weil ich, ich sag mal, wir behaupten einfach mal, es ist Rotwein. Was liegt denn da? Was liegt denn da am Bett? Was ist das? Die Eule, wo du dir sicher warst, dass, wo die woanders stand, die ja stimmt. Die können wir eigentlich auch nochmal anfassen. Ja. Und hier ist schon wieder so ein Drehrad. Und ne Säge. Gott. Okay. Und nen Schrank. Oh Gott. Gut, hier kann ich was reinschmeißen. Okay. Komm, wir drehen mal am Rädchen. Damit haben wir was aktiviert hier. Da ist irgendwas, hier fließt es jetzt irgendwie durch. Und irgendwas, ist passiert. Oh nein. Er ist aufgestanden. Jetzt verstehe ich auch, warum da Gitter davor sind. Damit man die denn zumachen kann. Oh Gott. Jetzt. Es flackert. Vorhin hat es auch geflackert, wo wir unsere Kinder gesucht haben. Und die Tür ist auf. Oh nein. Ich würde ne Atombombe reinschmeißen. Ja. Also, nicht ganz so radikal, vielleicht, aber, aber, aber so ähnlich. Die Hände blenden, roh. Ich schraube und schraube, aber der Schmerz wird nicht aufgerufen. Wie kann ich meine Kinder mit diesen Händen jetzt? Wie kann ich sie mit den Lippen, mit den Lippen, die solche Instruktionen sind jetzt in dem Raum, wo der Typ wach geworden ist? Lass mal einen Zettel. Old Sally im Puppenhäusle. Puppenhäusle, nee, oder? Komm, ey. Bis nächtens, sie kommt, sie schüffelt, äh, was? Sie schnüffelt und sucht ihr süßes Schnäuzchen ganz unten beim Huf. Und ihre Locken sind blond, die Augen himmelblau, wie eine halb, halb begrabene Hand im eisigen Schnee. Wie eine Hand im eisigen Schnee. Und sie bettelt um Äpfel durch die, durch den Fensterspalt. Das Gesicht ganz verborgen, doch mit Augen wie Feuer, auch wenn nicht ihr, ihr Busen lockt. Ach so wunderschön. Sie schnappt dich und fängt dich und isst dir dein Herz. Sie fängt dich und isst dir dein Herz. Drum benimm dich, benimm dich am Abend vom Jahr, sonst kommt Sally und holt Äpfel. Dann hüt dich, Gefahr. Vor mancher Tür steht Böses, du musst dich besinnen. Glaub du deinem Vater, lass es nicht nach innen. Unfolgsame Kinder kochen Sally ihr Essen, laden ein, sie zu Sally, Sallys garstigen Fressen. Äh, schönes Gedicht. Nicht. Bin ich ehrlich. Okay, also Sally. Oh Gott. Jetzt haben wir den hier wirklich befreit und ich gehe von aus, wir dürfen der Spur folgen. Die Gitter bringen anscheinend nichts. Genau. Die Gitter bringen wirklich nichts. Zumindest nicht, dass er irgendwie aufgehalten wird. Warum sollte ich jetzt der Blutspur folgen? Einfach, weil sie hier aufhört? Hä? Kann die denn jetzt hier einfach aufhören? Oder gibt's hier irgendwo gibt's hier irgendwie einen kleinen geheimen Raum? Irgendwas, was ich betätigen muss, damit sich hier unten vielleicht so eine Klappe aufmacht oder so? Was? Content! Nein! Ich... Ich... Ich möchte... Oh Mann. Aber wir kommen... Ist er jetzt hinten? Weil nach oben ist er jetzt auch nicht? Hier komme ich nicht rein, oder? Kann ich das hier irgendwie öffnen? Es sieht aus, als ob du dir hier dich so runterlassen könntest. Ich kann aber nichts nehmen. Okay, dann gehen wir erst mal wieder zurück. Äh... Oder? Ja. So, wir können ja hier die Abkürzung nehmen. Nee, warte mal. Dieser Gang war gar nicht frei. Ich will have none at all. Das hat sich verändert. Das war eigentlich hier alles, äh... Also, ich bin hier nicht durchgekommen, weil hier das zu war. Ich bin aber dafür da durchgekommen, wo ich denn da rein wollte. Und hier war ja auch Gitter davor. Nein. Okay. Wir sind im Maschinenraum. Oha. Also, da habe ich jetzt mal ein bisschen Angst vor, dass... dass... das gleich da runterkommt. Schnell durchrennen. Gott. Okay. Dieses Tor ist jetzt auch offen. Ähm... Ähm... Und das auch? Oh nein. Oh nein. Warum? Oh Gott. Ja, nee. Ist klar. Ist this way. Ja, dann... Ich folge mal den Kindern. Warum mache ich das eigentlich? Gott. Ah. Aha. Äh... Okay. Da komme ich wieder nicht rein. Kann ich hier hoch? Ja. Was? Da hat jemand geschrien. Ich habe es gehört. Da ist schon wieder so eine Schweinemaske. Äh... Kann ich hier... Oh, warte mal. Kann ich hier rauf? Nicht den Motor starten? Geht das? Hallo? Nee, geht nicht. Schade. Okay, die Masken würde ich fast behaupten verraten einem immer so ein bisschen die Richtung, wo wir hin müssen. Glaube ich. Ja, bei die Tür geht nämlich auch nicht wieder auf. Ja, ist okay. Ich glaube, dass das immer so ein kleiner Mini-Hinweis ist. Komm und siehst du, Papa. Wir haben ein Eick. Ein Stöhnen Eick. Ein Eck aus... Was? Ein... Ein... Ein Ei aus Stei? Oh Gott. Hier geht's weiter. Na, hat's. Wuppt! Also entweder das Schwein... Schweinevieh ist abgehauen oder es hat, äh... in den Rohren einen auf Assassin's Creed gemacht. Das ist eine gute Theorie. Einmal glaube ich, dass die Kinder dir helfen wollen und du von dem Schweinevieh gejagt wirst. Ich hoffe nicht. Also, dass ich gejagt werde. Also, ich hoffe schon, dass die Kinder mir helfen. Aber ich hoffe nicht, dass ich von dem Schweinevieh gejagt werden soll. Okay. Wo sind wir? Also, Rohr ist runtergekracht und wir sind mit der Treppe mit... runtergegangen. Ich habe das Telefon vorhin gerade noch so... aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir so, das wird bestimmt jetzt nicht klingeln. Und ich habe mich erschrocken. Das ist unglaublich. Ja, wir gehen mal an. Die Grund, du fühlst, ist unsere attempt zu clear die Floodwaters. Treachery, Mandus. Wir wurden nicht getan. Ihr Kinder sind verletzt. Ihr müsst finden sie bevor es zu late ist. Was soll ich mich tun tun? Wie kann ich sie finden? Always deeper, Mandus. Through the Piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Nee. Also. Ich bin aber noch der Meinung, dass der Typ, mit dem wir telefonieren, dass der... Ah. Dass der, ähm... unsere Kinder entführt hat. Und er jetzt eigentlich nur den Vorwand sucht, dass wir ihm irgendwie helfen. So nach dem Motto. Damit er uns dann angeblich hilft, unsere Kinder zu befolgen. Was ist das? Ich dachte ganz kurz, dass das ein Kopf ist. Ey. Könnt ihr bitte nicht so? Nicht so. Bitte. Easy. Das ist echt heftig. Oh Gott. Ich kann doch gar nicht so viel erzählen gerade, weil ich bin so angespannt. Weil da ist hier anders. Ganz anders. Oh man. Kannst du bestimmt drüber springen an der Treppe. Das ist doch noch nur, nur ein Meter. Nee. Ja. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Er kann sich ja leider nicht festhalten. So, warte mal. Das ist doch ein Mechanismus. Den kriegen wir doch auf. Also, den würden wir aufkriegen, wenn wir wüssten, wie. Was war das? Gott. Die gleiche Maschine hatten die übrigens bei Amnesia bei dem ersten Teil auch. Ende. Da ist ein Hebel. Den Hebel... Was macht er vor Schippen? Den Hebel werde ich jetzt mal nicht betätigen. Also, ich werde ihn wahrscheinlich noch betätigen müssen. Und das sieht mir aus wie Sicherungen, die ich mitnehmen muss. Oh Gott. Ja, jetzt ist es die große Frage. Zuerst den Hebel betätigen oder das Rädchen drehen. Da wäre jetzt... Was ist ungefährlicher, sage ich jetzt mal. Langsam glaube ich, du bist in der Nähe eines Vulkans. Ja. Also, das wäre das einzige logische, warum alle fünf Minuten der Boden bebt. Genau, auch kurz vorm Ausbrechen ist wahrscheinlich, genau. Was macht man jetzt? Rädchen drehen oder Hebel ziehen? Also, Strom anmachen, würde ich jetzt behaupten. Beides löst wahrscheinlich irgendwas aus. Hier könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das rausnehmen muss. Ah. Um die dann einzusetzen. Okay, verstehe. Wo gibt es die Dinger? Hebel, würde ich sagen. Okay, na dann machen wir erstmal den Hebel zuerst. Okay. Hat auf jeden Fall was gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber es hat was gemacht. Na, machen wir als nächstes die Kurbel. damit lasse ich irgendwas runter. Okay. Cool. Was habe ich jetzt runtergelassen? Na, dann gehen wir doch mal gucken. Was war da gemacht? Ah, guck mal, mit dem Strom haben wir jetzt einfach das Ding hier angemacht. Okay, cool. Da war der Hebel doch richtig. Ja, Erdbeben. Okay. So, das haben wir runtergelassen, ne? Ah, jetzt ist meine Stimme auf einmal weg. So, warte mal. Das haben wir runtergelassen. Aha, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Oder kann ich hier einfach rüberspringen? Oh, nice. Ich weiß zwar nicht, ob das so jetzt angedacht war, aber ich sag jetzt mal, ich nehm's mit. Ich nehm's so, wie es kommt. Ey, hier ist ja wieder ein Hebel. Hä, was passiert jetzt? Habe ich gemacht? Oh, Twist. Das Schweinevieh ist einer deiner Erfindungen. Das wäre ja heftig. Das ist doch meine eigene Erfindung. Jungenjagd mich. Ah, wir haben hier wieder ein Tor aufgemacht. Okay. Scheint wie so eine Art Labyrinth. Alter! Diese Erdbeben. Scheint wie so eine Art Labyrinth zu sein. Ey, denn. Das hat mich jetzt gerade schon wieder... Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich hab den In-Game-Sound... Also, er ist gefühlt für mich. Ich hoffe, dass das für euch okay ist, von der Lautstärke her. Aber der In-Game-Sound ist auf meinen Ohren richtig böse laut. Ich hoffe, dass es bei euch, wie gesagt, äh, äh, easy going ist. Äh, dass auch meine Stimme nicht zu laut ist oder auch nicht zu leise. Sodass ihr alles mitbekommt, aber... Alter, das Erdbeam hat mich gerade richtig abgeholt. Also, richtig... Puh. Ach, nee. Mann. Jetzt muss ich hier wieder so eine... Ist ja okay, was ist passiert? Okay. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Ich muss, ich muss ganz kurz... Musik? Kannst du... Soll ich wieder... Ein bisschen beruhigen? Hallo? Bitte nicht ganz so dramatisch. Danke. Da liegen einfach mal Tote raten. Also. Ja, Tote ist das eine, aber... Die sahen aus, als ob die ein bisschen angeknabbert wurden. Oder irgendwie. Hallo? Ah, ha, ha. Zu hier. So. Und Hebelchen wieder an. Hebel. Wie gesagt, Hebelchen wieder an. Oh Gott. Das Beste daran, man hat sich gerade vertieft und dann webt, äh... webt es dir die Zählung raus. Alles stimmt. Oh Gott, da hinten laufen die Kiddies wieder. Habt ihr den Schatten gesehen? Follow us, Papa. We know the way. Ja, ja. Ich, ich, ich bin auf dem Weg. Ich, ich bin, ich bin, ich bin leider. Äh. Achso, hier kann ich im Kreis laufen. Okay. Gut. Dann geht es jetzt hier wahrscheinlich runter? Wo auch wieder alles in Schutt und Achel... Ah, in Schutt und Achel. Genau. Schutt und Aschelie. Äh. 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 Ich jetzt da rumspielen? So. Nee. Hä? Gott, ich, ich sehe nichts mehr. Ist alles... Alles verschwommen? Ja, denn... Zieh halt die Kinder nicht auf dem Dachboden auf. Hä? Äh, ist ja ganz komisch. Guckst du Anime? Nee. Also... Oh. Anime ist halt... Oh. Puh. Der Stevie, glaube ich, guckt ab und zu mal Kleinigkeiten. Ich weiß, meine Frau guckt zum Beispiel Sachen. Ähm. Aber eher so, glaube ich, den... Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Main Street. Ähm, was ich geguckt habe, ist sowas... Ich weiß nicht, ob das da drunter zählt. Ist sowas wie One Piece, Naruto. Also eigentlich auch so eher das, was... Was man so aus dem Fernsehen halt her noch so kennt. Äh... Da... Aber meine Frau guckt sowas wie Attack on Titans und... Und... Alle anderen Sachen. Alles, was so irgendwie auf Netflix ist, Das guckt die sich da, die suchtet sich da durch. Aber ich kann dir leider wirklich wenig dazu sagen, weil... Das ist nicht ganz mein... Mein... Mein Bereich, leider. Aber guckst du da? Also, wenn du die Frage stellst, ne? Geh ich mal davon aus, guckst du ja auch Anime. Äh... Was sind so deine... Deine Animes, die... Die du gerne guckst? Und währenddessen versuche ich hier einen Weg rauszufinden. Während du mir schreibst, was du gerne für Animes guckst. Ich finde das übrigens ganz cool. Ähm... Du lenkst mich so ein bisschen ab mit deinen Fragen. Lenk mich so ein bisschen runter. Finde ich... Finde ich nice. Danke dir. Also... Danke für den Support auf jeden Fall. Ähm... Und hilft mir ungemein, dass ich nicht ganz alleine bin in diesem Spiel hier gerade. Ich bin ehrlich... Meine Hände schwitzen. Also meine Handflächen. Ich hab echt... Schiss. Was ist das denn jetzt auf einmal? Haben wir einen Bunker? Im Maschinenraum? Ne, oder? Ja, okay. Geht ja nur da lang. Das sieht doch aus wie... Wie Fallout 3. Ja, wie die Vault, die wir irgendwie öffnen können. Lass mich raten, ich kann die jetzt wirklich öffnen? Okay. Was ist so hart hin hier? Okay. Was ist das? Äh, hä? Äh, hä? Äh, hä? Okay, also wir fangen mal mit dem Hebel an. Ich weiß nicht, ob das so clever war, dass wir mit dem... Können wir den Hebel wieder zu mir packen? Ich möchte dich eingesperrt sein. Hau, ha! Guck mal. Nein, okay. Kann ich den jetzt... drehen, damit sich diese Tür eröffnet? Das wäre super. Was mache ich hier? Ja, jetzt wieder... Nein. Und jetzt du denn? Okay. Was ist denn das für ein... Was ist das denn für ein Mechanismus? So, jetzt kann ich dich wieder... Nee, kann ich nicht. Nicht dich. Nee, kann ich nicht. Nicht dich. Aha. Oh Gott, ich hab gedacht, jetzt passiert hier sonst was. Und dabei ist es nur irgendwie, den Druck wahrscheinlich von A nach B umzuleiten, damit Tür X zu ist und Tür Y aufgeht. Okay, allgemein, ja. Zurzeit gucke ich keine Anime, aber meine Lieblinge sind Hunter, X-Hunter, Naruto, Overlord und One Piece. Habe ich aber noch nicht geguckt. Zurzeit gucke ich die Staffel 4 von Spring. Staffel 4? Wollen wir mit meiner Frau zusammen auch mir noch anschauen. Wir haben bis Staffel 3 geschaut. Ich weiß, dass die neue Staffel raus ist. Wollen wir uns aber gemeinsam anschauen. Machen wir wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende dann auch. Das war damit anfangen. Deswegen bitte nichts verraten, was in Staffel 4 eventuell vorkommt. Weil du wirst wahrscheinlich schon weiter sein, als ich. Also, da ich noch nichts gesehen habe. Wirst du weiter sein jetzt. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier geht's nicht weiter. Oh, no. Wo sind wir jetzt gelandet? Ist jetzt ein Büro? Wo ist das jetzt hier? Wie so eine Art Empf... Oh, guck mal an. Kann sogar Lichter machen. Oder ist das jetzt hier so ein Empfangszimmer? Wo wir jetzt hier so Gäste empfangen, oder? Hier wieder Wein pullen, klar. Ist logisch. Ja, und... Hier ist bestimmt auch wieder eine Wein pulle drin. Nee, hier sind Bücher. So, ich würde jetzt ein Wetter aufmachen. Ganz ehrlich. Bevor ich hier diese Tür hier aufmache, da sind doch bestimmt hundertprozentig wieder zig Weine drin. Oder? Also. Und... Und Notizzettel. Ich sag Notizzettel und Weine. Joa, das ist gut. Bin in Folge 3 oder 4. Hab erst gestern angefangen, nachdem ich kurz meine Kapuze noch mal... Siehst du, ich wusste es. Also, 50% meiner Aussage haben gestimmt. Weine sind auf jeden Fall schon mal drin. Aber leider kein Notizzettel. Schade. Gibt es denn hier noch irgendwie einen Hinweis? Nee. Wobei, der Hinweis wird wahrscheinlich sein, weil dieses Haus da in der Mitte, wenn ich jetzt mal die Lampe ausmache, ist ja so eher erleuchtet. Könnte das sein, dass das jetzt gerade unser aktueller Standort ist? Wo wir sind? Wo wir uns befinden? So von wegen, der rote Punkt zeigt, wo sie stehen. Wo das helle Licht zeigt, wo sie sich gerade befinden. So nach dem Motto. Hä? Ich würde sagen, ich sehe hier gerade so links. Ich würde sagen, 75%. Das war zwar keine Notiz, aber dafür Bücher. Ah, okay. Das stimmt. Der Alkohol war auf jeden Fall schon mal mit dabei. Wobei Alkohol hier ist, glaube ich, fast in jedem größeren Schubfach. So. Kann ich von hier aus einfach rangehen? Nee. Machen wir die Tür auf? So. Was hast du uns jetzt mitzuteilen? I have such visions to show with me. Your ritual be unshackled and you harvest the crust from my eyes. Make me clean, Mendes. That my thoughts and words can unfounder be. Was? Also, wir werden ja mit Mendes angesprochen. Ich gehe mal davon aus, wir sind auch dieser Mendes. Ach Gott, das ist wieder so eine Schweinemaske. Und jetzt sollen wir jemanden den Kiefer freimachen und die Augen entkrusten, damit er uns was erzählen kann. Was ist das für die Musik? Was ist das für die Musik? Ja, siehste, hier wieder, ne? Sof. Erste Schublade auch immer Sof drinne, zweite Schublade ist dann wieder nur so ein Buch drinne. Oh, hier ist so, guck mal, letzte Schublade ist ein Hemd drinne. Was? Das hat man aber gar nicht. Ah, aber hier haben wir wieder Notizzettel. 1. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das bestiale, bestialische, demzufolge im Zaun gehalten werden könnte? Würden sie singen? Würden sie ihre eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinger gesehen und meine Antwort lautet ganz klar, nein. Nein, würden sie nicht. Einem ihnen aufgezwungenen Gott aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so wurde mir gewahr, unterscheiden sie sich nicht von der Masse. Sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Bitte was? Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen? Okay. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf dem Boden gemalt werden. Ja. Nee. Klar. Okay. Wir gucken mal, kommen wir hier rein? Ja, da kommen wir auch rein. Cool. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Was ist... Also, sie hat ein blutiges Messer in der Hand. Grinst wie sonst was? Hat anscheinend gerade ein Kind gestillt. Äh... Aber das Kind sieht aus, als ob es hier am Hals eine ganz fiese Narbe hat. und warum ist hier ein Bein? Einfach nur ein Kindes... Gott! Was ist das für ein Spiel? Können wir das wieder zumachen? Danke? Kein... Zu... Danke. Da gucke ich nicht nochmal rein. Das habe ich erwartet da oben in der ersten Schublade. Aber nicht das, was wir da gefunden haben. 22. August 1899. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unseren Geschichten. Sie sind in den Lehm unter unseren Füßen komprimiert. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählten, wie sie bei dem Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wohl unter uns begraben liegen? Wir graben und graben immer zu und eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir mein Architekt, befindet sich eine große Eisenkugel, das Ei der Welt. Ja. So, hier auch wieder nur Alkohol. Okay, gut. Gut, 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 gut. Dann können wir weiter. Ich gehe nicht weiter auf die erste Schublade ein. Ich bin ehrlich. Das war gerade ein bisschen creepy. So, hier gibt es wieder ein Badezimmer. Können wir hier den Abzieher ziehen? Ich würde gerne mal ganz kurz hier für zwei, drei Minuten uns durchschließen, mich akklimatisieren, kurz hier, ne, und das ist aber Bescheid. Äh, aber ich kann hier nichts machen. Äh, bin jetzt erstmal weg. Bis später. Sehen uns ja spätestens um 20 Uhr bei ist der Dot. Natürlich nur, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen dir auf jeden Fall einen angenehmen Tag. Hab Spaß. Danke, dass du reingeschaut hast. Äh, damit hast du mir zumindest die ersten, die erste Folge und die ersten fast anderthalb Stunden äh, mich unterstützt, ähm, bei diesem sehr krassen Game. Und hast mich echt gut abgelenkt. Danke dir dafür. Und wir sehen uns bestimmt nachher in den Chat. Und wir gucken jetzt mal, wie es hier weitergeht. Oh, wieder neue, neuen Zettel. 5. Oktober 1899. Zur Bändigung des Produkts noch vor der Initiierung des Vorgangs wenden wir das neueste chemische Wissen in Form niedriger Dosen eines Laudanum Derivats an. Dies bedeutet, dass wir sie aus ihren Käfigen in eine Reihe schleifen, denn so geraten sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit in Panik und beschädigen Maschinenkomponenten, andere Produkte oder sich selbst. Diese Förderbandabschnitt ist gummi-beschichtet und wird zur Beibehaltung guter Laune entsprechend beleuchtet. Wir haben außerdem herausgefunden, dass die strategische Platzierung von Grammophonen und einfachen akustischen Verstärkerröhren um die Reihe herum die Beruhigung des Produktes mittels Musik ermöglicht. Die Bussi erachten wir diesbezüglich als besonders effizient. Aha. Was ist denn die Bussi? Ist das ein Komponist? Äh, komm später aber bei der zweiten Folge eventuell können wir es aber nicht versprechen. Ja, du, wie gesagt, easy going. Ähm, komm gerne dazu. Wenn wir online sind, sind wir online. Wenn nicht, sehen wir uns wahrscheinlich heute Abend nochmal im Chat. So. Warnung. Treibstoffpumpen. Flüchtige Chemikalien. Diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Ja, haben wir an, ne? Schutzkleidung. Ah, da, 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 da sehe ich mich. Ja, Gott. Ja, Schutzkleidung haben wir an, behaupte ich jetzt mal. Das sind jetzt Schweine? Da muss ja. Truck Fueling Station. Okay, hier kann ich, hier kann ich ein LKW befüllen mit Öl, Benzin. Also, Öl wird es nicht sein, wird Benzin sein, aber, warum, ich, leg mich mal da wieder hin. Warum kann ich das nehmen? Warnung, Treibstoffe, ja, okay, das hatten wir oben schon, okay, guck, 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 hier kommen wir auch nicht weiter, okay, aber hier, Gott, wie sieht das hier aus? Nicht, ich eigentlich vom Haken, nicht, dass ich es wollen würde, aber, wir können es ja mal austesten, oder? Okay, verziehen dich, okay, wir kommen hier nicht, warte, ich wollte gerade sagen, wir kommen hier nicht weiter, aber, es gibt noch einen anderen Ausgang, hier geht es nochmal weiter, sieht ein bisschen aus wie Sackgasse, aber okay, 28, dann mal 1899, stellt euch vor, sagen sie, eines Tages würde eine Maschine wie ein Mensch denken können, als ob das wünschenswert wäre, fast könnte man damit prahlen, einen Menschen geschafft zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt, Männer und Frauen, auf allen Vieren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Sperma, Sendschreiben, auf die Straße ejakulieren. Alter, was sind das für Texte? Die Gassen und Gossen quellen fast über vom stumpfsinnigen verspritzten Produkt ihrer Vereinigung, die Luft schwer mit ihrem lustvollen Gewimmer, Körper überströmen mit ihren eigenen Absordo-Obsonderungen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passanten mit ihren Samen besprühen, und dennoch ist dies der Zustand, den Baba Gaha anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellung. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein, und wir würden vor ihm auf die Knie fallen, um ihn zu huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzuchttreiben schaffen, vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und uns zu befreien. Ich lehne Baba... Baba... Baba-Asch ab... Baba-Ga-Asch Irgendwie so ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in den Gossen kopulieren, wie sie möchten, denn schon bald werden sie... werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Okay. Also. What? Was? Also erschaffen wir jetzt Schweine, die vorher Menschen waren, oder... Ich verstehe noch nicht so ganz, was die Maschine macht. Und es ist jetzt jedes Schwein Mensch. Höh. Hörte sich aber auch so ein bisschen an wie von der Sekte. So der Brief. So, ja... Dafür ist eine Gottheit nicht da. Die Gottheit ist da, um sie zu huldigen. Nee. Also... Ja, schon. Aber... Irgendwie auch... Nee. Also irgendwie war der Brief komisch. Oder die Notiz. Der Inhalt. Okay, hier haben wir... Warte mal. Hier hinter war doch der Treibstoffwagen. Hier ist doch der LKW. Könnte ich jetzt... Könnte ich jetzt... Ihnen mit Benzin... Eine Notiz. Könnte ich ihn jetzt hier mit Benzin erfüllen? Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehenen Funktionen erfüllt? Diese verfluchten, neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls, bevor ihnen der stinkende Benzin ausgeht. Der Boss sagt zwar, dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einem verflixten Tank zum LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen. Und der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht. Ab ins Bett. Ist ja nicht gerade so, als ob jeder Mann Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte. Nachricht für Harry. Wir treffen uns im Dameson Templar auf ein Bier. Scheint eine Kneipe zu sein. Okay, also wir wissen, dass wir irgendwie diese Benzinpumpe, die wir vorhin gerade da gesehen haben, hier nach draußen bringen müssen, damit wir den LKW befüttern können. Wie soll ich den hier nach draußen bringen? Soll ich den hier so hoch... Ne, warte mal. Das kann es ja nicht so... Kann er ja nicht hier so hochpumpen. Aber wenn ich das Tor einfach öffne, wäre das vielleicht eine Option, dass wir hier das einfach mal hochmachen könnten? Ne. Entscheidend nicht. Und ich weiß nicht, warum. Kann ich mit dem LKW... Aufgepasst. Können wir mit dem LKW das Tor einfahren? Ist da vielleicht noch ein bisschen was drin? St. Dunsons Kirche. Also irgendwie muss ich den auf jeden Fall wegkriegen hier, den LKW. Irgendwie muss das... Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. What? Wo bist du? Okay. Ja, 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 ja. Was macht jetzt hier auf? Ah, guck mal. Jetzt sind wir hier in dem... Warum flackert jetzt das Licht? Kannst du aufhören zu flackern? Danke. Meine Güte. Oh, okay. Chemikalientransport. Gefahr. Höchst ätzend. Höchst entzündlich. Na dann. Kann ich den jetzt einfach so nehmen und... Warum ist da jetzt ne Kugel dran? Ich war doch grad eben noch nicht da. Aha. Wahrscheinlich, weil ich den Benzintank hier hingeholt habe. Hä? Muss ich den da rausnehmen? Und die Maske? Warum ist jetzt da auf einmal ne Maske? Lul. Gar nicht gesehen. Hallo? Ist das hier nicht richtig? Das scheint nicht richtig zu sein. Und irgendwie... macht die Melodie-Atmosphäre hier gerade Blütze. Muss ich den vielleicht doch da drin lassen und das Knöpfchen drücken erst mal? Damit er runter geht? Ist das hier? Nee. Hä? Hier komm ich auch nicht rein? Okay. Ich geh jetzt mal... Also, ich sag jetzt mal, wir haben anderthalb Stunden durch. Ich weiß noch nicht. Warte mal. Eine Sache prob' ich noch aus, bevor wir den... den... die Folge für heute beenden. Kann ich jetzt das Knöpfchen drücken? Nee. Ich kann doch hier irgendwas machen. Aber ich kann das Knöpfchen nicht drücken. Nee, okay. Schade. Ja. Ich hoffe, ähm... So. Kurz die Stimme sortieren hier. Kurz weg gewesen. So, ich hoffe, ihr hattet für den zweiten Teil ein bisschen Spaß gehabt, mit dabei zu sein. Das Ganze haben wir natürlich auch wieder bei Twitch gestreamt. Wie gesagt, wenn ihr da auch mit dabei sein wollt, gerne bei uns auf dem Twitch-Kanal mal gucken. uns ein Follow dalassen, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, weil wir gehen ja eigentlich eher unregelmäßig online. Wir versuchen es aber dennoch irgendwie euch immer noch mitzuteilen. Sei es über YouTube, Twitter, Instagram oder bei Twitch selbst. Bei Twitch selbst gibt es nämlich auch die Möglichkeit, Sachen zu planen und in so einer Art Terminkalender quasi zu hinterlegen, sodass die Leute sich das angucken können. Aber dennoch freu ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin ein bisschen verplant und weiß noch nicht ganz, wo diese Reise hier mit diesem Spiel hingeht. Ich bin auch gespannt, ob ich das nachher gelöst bekomme in der nächsten Folge mit dem LKW. Deswegen schaltet auf jeden Fall für die nächste Folge ein. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es nicht hin? Wer weiß es so genau. Und ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin sage ich erstmal. Eingehauen. Damit wieder ein recht herzlich willkommen. Hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Uncut. Und in der letzten Folge sind wir ja hier hängen geblieben. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie ging es denn hier weiter? Genau. Wir brauchten Benzin. Wir hatten ja hier dieses, diesem Kanister, sag ich jetzt mal, gefunden. Glaube ich. Und irgendwas müssen wir mit dem Kanister machen, dass wir den, den da hinbringen. Oder die nächste Theorie, die ich hatte, weil wir haben ja hinter diesem, ja, ich sag jetzt mal, hinter diesem Tor verbirgt sich ja eine Pumpe mit Benzin. Vielleicht, aber auch nur vielleicht müssen wir das hier mitnehmen. Da jetzt Benzin einfüllen, einführen, ist auch schön, um, dass wir den Traktor irgendwie da weggefahren bekommen, weil wir müssen, der versperrt uns leider den Weg zum, zum, äh, zum Friedhof, glaube ich, ist es da, was ist da, ist in der Ecke? Oder zu dem Garten. Er weiß es schon sogar. So, schmeiß mal das mal hier hin. Guck mal, das war, ich frag mich nur, also, wo, ey, ich frag mich, ich frag mich nur, wie ich das nachher wieder mitbekomme. Oder mit rüberbekommen. Äh, bin ich ja richtig? Ja, ne? Oder? Genau, hier war nämlich der Tank. Und hier kann ich doch mit dem Schlau, ach, nicht, was ist doch bestimmt da hinstellen. Und jetzt befüllen wir das Ganze mit Benzin. Soweit wie es geht. Oh, schön. Diese Mausbewegung. Okay, 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 okay. What? Oh, die Schweine sind... Reicht das schon? Kann ich das... Da oben lief gerade ein Schwein lang. Was? Macht ja das Tor hier auf? Nee, 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 Freunde. Wir drehen hier nochmal weiter an dem Rädchen. Ah, wir sind schneller. So, wir können auch gar nicht... Wie kann es da passen, oder? Kann ich zufällig jetzt hier raus? Nee, kann ich nicht. Verdammt! Okay, wir gehen zurück. Gott, das hat mich jetzt gerade völlig... ...verschrocken. Oh, bitte, 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 lasst mich alle in Ruhe hier. Wir gehen hier wieder zurück. Schmeißen das Ding hier aus dem... Äh, ah, weite Richtung. Wollte gerade sagen, wo ist das Fenster hin? Schmeißen das hier raus? Ii! Ja! Sag raus! So, und jetzt hier ran. Oh Gott! Und jetzt ganz schnell zum LKW. Meine Güte! Ey, gleich zum Anfang so ein Stress schon wieder. Das ist nix für mich. So, kann ich... Kann ich jetzt die Kobel hier vorne ankurbeln und den LKW? Äh, läuft der jetzt? Kann ich jetzt hier... Hallo? Kann ich nicht. Hä, verdammt! Oder muss ich jetzt da drücken? Nee. Hä, das kann's auch nicht sein. Hä? Äh, oder kommen wir jetzt hier durchs Tor? Ahhhh. Ja, und wie vermutet? Friedhof. Toll. Oh Mann. Äh. Was... Was möchte das Kind gerne mitnehmen? Ähm. Doch nicht sowas, oder? Also ich hab ja auch immer noch die Vermutung, dass... Die Kinder, die uns... Äh, die sind wirklich creepy. Finde ich persönlich. Genau deswegen. Ähm, meine Vermutung ist immer noch, dass die Kinder uns helfen wollen und wir verfolgt werden von einer anderen Kreatur, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Wenn ihr jetzt die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch unbedingt vorher an. Sonst versteht ihr, glaub ich, den größten Teil hier vor nicht. Ähm. Kann ich... ...die Tür öffnen? Ach, das ist ein Fenster dahinter? Nee, oder? Hä? Ja, scheint... Scheint ein Fenster zu sein. Okay. Achso, wir sollen hier runter noch weiter... Ja, klar. Wer... Wer will nicht schon immer mal so in... ...in die Kirche? Über den Friedhof? Das... Ja. Kann man machen? Kann man aus einlassen? Oh Gott. Ja, wirklich. So. Wir sind jetzt... ...in der Kirche? Glaub ich? Oha. Das Spiel an sich... ...ist wirklich gut. Was mich... Was für mich immer sehr komisch ist, ist... ...diese Stille. So, es passiert gar nichts. So, du konzentrierst dich, bist fokussiert... ...und, äh... ...guckst dich so ein bisschen um... ...und auf einmal kommt von irgendwo her... ...so ein richtig böser Sound. Oh, und das... ...und das erschreckt mich dann schon... ...mega heftig. So wie jetzt auch nur diese... ...diese kleine Nuance. Ja, jetzt diese... ...diese kleine Ding. Oh. Da zucke ich erstmal schön zusammen. Das ist, äh... ...wunderbar. So, 23. Das ist ja noch einmal... ...1899. Zwillingskerzen, die sich nach dem Willen des Zentralheiligen... ...Winden und Biegen und ihr Licht in die Ecken der Kapelle werfen. Ich dachte, Vater Jeremiah könnte ich das Geheimnis anvertrauen. Aber er ist so wie all die anderen. Dafür ist er... ...ist er mit seinen Schäfchen in der... ...was... ...in die Käfige gewandert. Er will zusammen mit ihnen in unsere neue Welt übertreten, sagt er. Wahrlich ein echter Schäfer. Also ich hatte ja auch in der... ...in der ersten Folge schon die Vermutung, dass wir hier... ...das hört sich sehr nach einer Sekte an. Äh... ...und irgendwie bestätigt sich das immer mehr und mehr. Ja, er hat seine Schäfchen alle in einen Käfig geholt. Warum macht man sowas? Welche Leute... ...machen da mit? Ja, also... ...gut. Also... ...de verschiedene. Aber warum? Wir kommen, wir hören uns jetzt erstmal an, was er hier noch zu sagen hat. Deine Füße schackelt, deine Vision, Professor. Es ist ein echte Koffer, der dich von dem Zukunft zu verholt. Wir brauchen eine neue Deutung. Einer von Steem und der Ruhm, von Magnetismus und Progresse. Der alte Gott ist nichts mehr als ein leberer Hohg, ...die schützt nach Menschen. Ähm... ...okay. ...ähm... ...ähm... ...ja... ...nee. Der alte Gott ist... ...oh Gott, nee. Äh... ...okay. Ein paar Kerzen brennen, ein paar nicht. Okay, hier geht's weiter, hier geht's nicht weiter. Oha. Okay, wollen wir mal gucken, wo, wo... ...wo geht's als nächstes hin? Okay. Hä? Die Kinder schreien wieder? Das heißt nix Gutes. Ich glaub, wir sind dann hier an der falschen Seite. Vater Jeremiahs Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihrem Leben bringen. Heute aber strömen sie von selbst zu uns. Die Wärme im Winter und dem vom Mandus ausgegebenen Essen, zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien und dass es unverantwortlich, nein skrupellos wäre, solch wertvolles, sehr wertvolles Leben, wie die, die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist er ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er auch, was an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung, an die Armeen, die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Okay, also wir sind ja, glaube ich, der Mandus. Zumindest werden wir so immer angesprochen. Oder sind wir nicht der Mandus und sind irgendeinem Random. Und wir versuchen gegen den Mandus anzutreten. Okay, die Orgeln klimpern. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal hier noch ein... Okay, dann kommen wir nur hier hinten. Okay. Was erwartet uns jetzt da, wenn wir in die Mitte hinrennen? Oha. Okay. Wir sind einfach mal ein bisschen... Ja, sieht aus wie ein Opferalter. Eigentlich. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Gibt es sonst noch irgendwas Tolles zu lesen? Und wer spielt hier... Eine Orgel? Oha, 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 oha. Nebel. Ja, Hebel. Den Nebel, den drücken wir mal nicht. Will ich das hier auch öffnen? Nee. Okay. Hallo? Nee. Und? Gut. Das kriegen wir nicht geöffnet. Was haben wir auf der anderen Seite? Aber das kann jetzt aber auch aufhören langsam. So, das, äh... Da komm ich nicht rein. Verdammt. Okay, gerade habe ich mich noch beschwert, weil es zu leise ist. Jetzt beschwere ich mich, weil hier Musik läuft. Das ist auch wieder. Also, man kann es mir auch wirklich nicht recht machen. Muss man aber wirklich sagen. Wieso kriege ich... Muss ich das nicht hier öffnen? Irgendwie? Und da irgendwas reinpacken? Ich kriege es nicht geöffnet. Okay. Das kann ich nicht nehmen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier die, äh... Den Hebelversuch zu nehmen. Den haben wir nicht bekommen. Und hier können wir nicht rein. Hallo? Nope. Keine Chance. Keine? Okay, wir können Kerzen anmachen. Muss ich jetzt jede einzelne Kerze anmachen? Warte, machen wir das doch mal. Äh, Kerzen. Ich auch. Hier fehlt einer. Okay. Warte mal. Wir haben noch vorhin eine aufgenommen. Muss ich die vielleicht hier ranklatschen? Okay, es war ein Geheimgang. Wir machen trotzdem erstmal alle Kerzen an. Haben wir jetzt damit hier vorne die Tür geöffnet? Nope. Hier können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Okay, warum konnte ich das drehen? Und glaube, dass hier noch der andere Part fehlt. Das ist nur die Frage, wo finde ich den anderen Part? Oder? Nee. Nee. Okay. Okay, denn müssen wir nochmal dahin, wo ich vorhin versehentlich was aufgenommen hatte. Äh, wo war denn das? Das war hier rechts oder links? Oder? Das war doch hier, ne? Diesen Zwischenraum. Hier hatte ich doch was aufgenommen. Genau, das Ding hier. Kann ich das mitnehmen und nach da vorne packen? Vielleicht kann ich das ja da anbringen und dann auch wie so ein Hebel nutzen, um dass sich die Tür öffnet? Wer weiß? Äh, warte. Hier. Nee. Äh, da muss ich hin. Genau. Okay. Jetzt hat sich da was aufgemacht. Okay, warte, warte, warte. Oha. Okay, jetzt brennt's hier. Okay, hier kann ich nichts aufmachen. Okay. Ja. Wer kennt's nicht? Klar. Einfach mal öffnet sich hier so die Tür. Oder der Boden. Ist ja keine Tür. Ja? Oh Gott. Was ist los? Was ist passiert? Hallo? Ist hier wer? Hör, Papa. Hör das Ei an deinem Ohr. Du kannst das See hören. Okay. Wenn wir uns das Ei ans Ohr halten, können wir das Meer rauschen hören. Könnte ich sonst nur mit Muscheln? Mann. Jetzt hängt es wieder an zu flackern. Wir nehmen mal hier die Notiz. Oh Gott. Oh. Oh, die letzten Gedanken. Was ist das für ein... Äh, was... Exhum... Was ist das für eine Exhumierung? Welche... Welche Flickwerk von Körperteilen? Ich bezweifle jemals gefunden zu werden und dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritzele es im übel, was übel riechenden Halbdunkeln, während meine Folterer unter mir herumschlurft und meine Mitgefangenen in der Dämmerung klagen und quieken. Hier warte ich bis ein Klopfen an meinem Käfig mein Schicksal besiegelt, wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise ins Innere anzutreten. Okay, wir haben ja in den letzten Notizen mitbekommen, dass die Leute irgendwie ummodeln zu schweinen. Warum auch immer und dann die Menschen, die dann zu schweinen geworden sind, anfangen zu schlachten. Okay. Und er ist jetzt anscheinend auch so erwartet auf seine Schlachtung anscheinend. So würde ich es jetzt verstehen. Wo bist du denn? Du bist nicht alleine, da gehe ich dann erstmal noch nicht hin. Sorry. Was? Okay, ich muss anscheinend nach unten. Wo ich noch nicht hin möchte, weil ich ein bisschen Angst habe gerade. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ruhe. Die, was? Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt und aufgeregt werden. Die Neuerwerbung? Jetzt sagt bloß, wir haben hier irgendwie Menschen gekauft. Also, Sklaverei und so. Also, ich hoffe nicht. Oh. Das Ganze ist ja... Oh Gott. Was ist hier passiert? Also, welcher Ausmaße hat das hier angenommen? Gott. Oh Gott, das Spiel, das Spiel ist ja... Also, das ist nicht ansatzweise so schlimm, finde ich persönlich, wie Amnesia von der erste Teil. Der erste Teil war auch... Respekt dafür. Creepy und hat Atmosphäre gehabt und... Und alles. Aber das hier... Das ist ja mal noch ne... Um einiges Nummer schärfer. Also... Nee. Oh, das... Ganz schön... Anders. Also, mir wird da ganz schön anders. Ich weiß nicht, wie ihr das so habt. Also, ich hoffe... Ich weiß nicht, ob das für euch so entspannt ist, wenn ihr uns dabei hier so zuschaut. Muss ich mich vielleicht vor dem verstecken? Also... Oder... Also, ich verstecke mich jetzt. Weil ich habe Angst, dass der mich jagt. Okay. Na das jetzt denn... Ein Mensch? Oder... Wie? Äh. Oh Gott. Achso, ich dachte, das wäre ein Käfig, wo ich rein kann. Oh, nee. Okay, okay, okay. Also, ob ich in den Käfig rein will, ist eben halt nochmal die andere Frage. Oh Gott, hier kann ich mich verstecken. Oh, nee, 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 nee. Das war... Das heißt doch nichts Gutes. Okay, weiter geht's. Puh. Ja, wäre aber wirklich mal interessant zu wissen, von wegen, ob sich das dabei wirklich darum handelt, dass wir uns vor den... Vor den Schweinen so gesehen, äh, verstecken müssen. Oder ob die uns einfach nichts tun. Hätte man jetzt mal ausprobieren können. Aber, ähm, ich wollte nicht unbedingt schon wieder sterben. Ach, wieder so eine Geheimtür? Okay. Richtig. Äh, hä? Hä, waren wir hier nicht vorhin schon mal? Kommen wir so bekannt vor? Weil hier ist ja auch schon wieder so eine... Ölpumpe. Nur, dass da kein Öl drin ist. Okay. Gut. Gut, die Tür ist zu. Hier liegen wieder Schweine und da ist auch schon wieder die Schweinemaske. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem... Hier auf dem richtigen Weg. Das ist schön. Entspannte Musik. Das ist... Das gefällt mir. Ah, das ist, äh, finde ich, finde ich supi. Okay. Und da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir noch mal ein... Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damp bony. Was sind wir hier? Mundus und Co. Meat... What? Meat Processing Factory. Also doch eine Fleischerei. Okay. Also... Man muss ja dazu sagen, Fleischerei ist ja auch okay. Solange... die Tiere nicht leiden. Und solange die Tiere nicht unbedingt Menschen sind. Das ist... Muss man ja auch mal so... So sagen. Gerade bei diesem Spiel hier. Aber... Wir gucken mal rein. Hallo? Jemand da? So, äh... Ich hätte gerne 500 Gramm gehacktes. Gemischt. Okay, wir scheinen... Jetzt hier in dieser Fleischerei zu sein. Und ich habe das... Die... Die bedenken, dass... Wenn wir jetzt hier sind, dass wir hier irgendwann runterkommen. Oder wir müssen dafür in dieses Haus, um hier runter zu kommen. Und das sind die einzelnen Steps, die wir noch machen müssen. Gott. Das wäre nicht so schön. Aber wir hören uns erstmal an, was er hier wieder erzählt. Dann, Professor, diese so-called Men of Vision, they would shackle the masses to a wheel. Und dann, wenn sie ihre Backs break. Alles für den Opiaten. The Law of Profit. Diese Fools, die sie verabschieden, diese Priester, diese Offizie, diese Regierung. Sie machen uns alle püren. Aber was ist die Lösung, mein Mann? Wie zu verabschieden? Du kannst einfach nur wegnehmen, dass eine bessere Welt für diese Unfortunates. In den Workshäusern, in den Orphanagen. Die Beliefe in Heaven ist sicherlich die einzige Sucker, die man finden kann. We do not need to wait. We can bring forth Paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Nein. Einfach... Nein. Das... Man... Nein. Oh Gott. Wirklich. Wir können das Paradies sofort holen. Nein. Oh, nee, ey. Soll ich... Soll ich hier Leute... Ich weiß nicht, ob das Flackern übrigens auch irgendwie ein Hinweis zu irgendwas ist, dass ich entweder auf dem richtigen Weg bin oder ich in Gefahr bin. Ja, wir kennen... Also ich kenne es ja auch noch aus, äh... Phasmophobia. Dass wenn es anfängt zu blinken, heißes, versteck dich. Oh, aber hier... Liegen wir einfach. Einfach ab und zu. Oh. Okay, das sind Schweini. Schweini-Schmeini. Das kommt jetzt nicht hierher, ne? Nein, du kommst nicht hierher. Du bist... Weggerannt, ne? Bist du hier hinten hängengerannt? Oh, warum ist die Maschine einfach so gestartet? Einfach ohne Grund. Also der hat sich ja auch gerade bewegt. Hier würde ich jetzt erwarten, dass irgendwas kommt. Oh, das geht noch so weit runter. Aber wir gehen das... Oh. Ähm. Hallo? Bitte, bitte hören Sie... Oh, es geht hoch und es geht runter. Ei, ei, ei. Jetzt wäre es hilfreich zu wissen, wo wir hin müssen. Müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten? Ich würde erstmal sagen, ich gehe nach oben. Okay. Wir sind oben. Und lasst mich raten, wir sind jetzt in dem anderen Haus. Geht hier raus? Ne, natürlich nicht. Nee, natürlich... Hä? Wir fahren LKWs? Alter. Und ich glaube, dass wir Mendes heißen, weil der Typ uns immer Mendes nennt. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Und da soll ein Saboteur sein. Okay. Gut. Dann machen wir mal hier wieder die Schubladen auf. Klar. Alkohol. Äh, wieder ein Buch. Okay. Und ein Notiztitel. 17. Oktober 1899. Jede Abteilung wurde ergonomisch gestaltet. An einem Ende steht ein Futtertruck, damit sich das Produkt auf natürliche Weise so in Position begibt, dass die Betäubungsarme den Kopf erreichen können. Wir nutzen die natürliche elektrische Ladung, die durch die Reibung der Karren gegen das Förderband entsteht. Wir sammeln sie in Vakuumbehältern aus Glas, die neben den Betäubungsraumapparaten stehen und leiten sie über die Kupferkabel durch die Arme. Wir haben beobachtet, dass die künstliche Beleuchtung in diesen Kanistern das Produkt zusätzlich zu beruhigen scheint. Nach der Betäubung neigt sich das Förderband scharf an die Vertikale, wodurch das betäubte Produkt nach hinten direkt auf den Haken der Ausblutungsförderbandes fällt. Dieser Haken durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Genau. Von diesem Punkt an verzichten wir auf das Förderband und bedienen uns eines kanalisierten Bodens, der Blut- und Nebenproduktexkremente in einem Strom sammelt und ihn in die Flüssigkeitstanks fließen lässt. Ich finde es sehr interessant, wie die hier schreiben, ähm, durchdringt Hüfte oder Oberschenkel des Produkts auf natürliche Weise. Es gibt keine natürliche Weise, wo irgendwas durch irgendeine Hüfte oder Oberschenkel durchgedrückt wird. Das ist nicht natürlich, Freunde. Was ist das? Oh Mann. Nee. Also die setzen einen in Trance. Wäre jetzt so meine Vermutung. Und dann geht's ab, die Luzi. Und wir müssen nach unten. Das heißt, wir müssen... Ah, direkt da hin. Wo ich nicht hin will. Gott. Warum? Warum nur? Genau. Und hier müssen wir jetzt durchklettern. Genau. Macht ja, macht ja. Macht ja Sinn. So. Hier haben wir einen Ofen mit einer Eins. Ah, das sieht ja schon wieder aus wie ein Rätsel. Lass mich raten, hier sind auf jeden Fall die Druckpumpen dazu. Hier haben wir einen Ofen mit der Zwei. Wo wir bestimmt irgendwie was reinschütten müssen oder so. Lass mich raten, wir müssen die Dinger hier so reinschütten. Reinschmeißen. Plupp. Und. Plupp. Wollen wir das jetzt hier so zu machen? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig war, was ich jetzt hier gemacht habe. Achso, das war es auch wieder zu. Nee, ist klar. So, muss ich den hier denn ausmachen? Nee, den kann ich noch nicht mal ausmachen. Okay, jetzt habe ich den angemacht. Den ausgemacht. Äh, nee. Ausgemacht gar nicht. Pisten, kommt. Wir machen mal die Tür zu. Okay, wir sind hier eins und zwei. Okay, ich gehe mal von aus, dass eins kommt hier irgendwie an und zwei hier, okay. Das ist die große Frage der Fragen. Hier kann ich aber bestimmt wieder was drehen, oder? Nee. Ach, hier geht es auch nochmal zu vier und zu fünf. Okay, vier läuft. Wo ist die drei? Die drei ist hier. Die drei läuft nicht, okay. Das heißt, wir müssen die drei zum Laufen bringen. Glaube ich. So ist jetzt meine Vermutung einfach. So, lass mich raten, das reicht aber noch nicht. Oder? Hier noch ein paar andere Bröckchens. Nein. Dann gehen wir mal kurz hier nach hinten, weil guck mal, wir haben die zwei, vier, sechs gibt es auch noch. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal so einen Brocken mit. Kann ich ihn eigentlich schmeißen? Nee, ich kann ihn nur fallen lassen, okay. Ich kann ihn nicht schmeißen. So, kann ich jetzt das zumachen? Wie geht das? Und hier. Okay. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir hier fünf. Fünf und sechs. So, fünf. Läuft, ne? Genau. Und sechs nicht. Gut. Und sechs müssen wir bestimmt befüttern. Ich mach hier einfach... Ich mach das einfach jetzt mal, ne? Ohne, dass ich irgendwo einen Hinweis darauf habe, dass das richtig ist, was ich hier mache. Aber ich sag mal, jo. Das passt. So, reicht auch... Reicht auch ein so ein Ding aus? Nee. Reicht nicht. Verdammt. Okay, dann gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwie so einen Klumpen? Ja, hier haben wir nochmal so einen Klumpen. Okay, cool. Boah. Jetzt... Jetzt kann ich's abmachen. Geht jetzt zufällig dieses Tor hier auf? Wer... Wer das... Wer das ne Option? Ich fahr kein Zugang unter den Kolben bei rudenden Maschinen. Die sind alle an? Ach, äh, lass mich jetzt raten. Jetzt muss ich hier hinten einen Knopf drücken oder so. In dem Control... Rollroom. Okay, alles an. Alles an. Äh... Eins. Zwei. Drei. Richtig so? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Da ist auch alles blöd. So, die Maschine läuft... Hä? Ich hab doch jetzt alle angemacht. Oder verstehe ich jetzt da was nicht? Muss ich doch nochmal irgendwas anderes drücken? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Muss ich die Fenster zumachen? Äh. Mach doch. Nein. Mach doch das in die andere Richtung. Nein. Na? Sag mal. Spür mir mich jetzt hier ärgern, oder was? Ja. So. Sag mal das Fenster aufzug. Okay. Okay. Wir gehen mal hier wieder durch. Ich wundere mich, dass ich jetzt die Tür nicht aufkriege. Eigentlich müsste die doch jetzt aufgehen. Gefahr. Kein Zugang unter den Kolben bei ruhenden Maschinen. Kein Zugang, keine ruhenden Maschinen. Ja. Die haben ja auch keine ruhenden Maschinen. Die laufen ja alle. Warum kann ich jetzt hier nicht rein? Oder müssen die... Ne, vorbei. Wenn die alle ausziehen. Ich war ja jetzt gerade alle aus. Ja, nicht alle. Sehr gelogen. Mal gucken. Wir können ja mal gucken, was... Was uns eventuell noch das... Äh... Das Tagebuch erzählt. Die Kolben sind still. Das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissen-Nest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg freizumachen. Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf ein weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also Recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Das ständig Überschwemmungsgefahr besteht. Verwundert mich nicht. Denn wir befinden uns in der Nähe der Temse. Ja. Ja. Die Hinweise auf eine große Arbeits... Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist... Was? Es ist gar so, als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genauer studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen. Das Unbehagen unterdrücken, das sich mir in den Magen gräbt und meinen Weg fortsetzt. Okay. Ähm... Feuer und Stahl. Windows ProSense Company. Früchterliche Maschinen. Der Motor startet. Die Flammen wurden gestürt in Wänden. Können Dämpfe hören. Selbst brät mein Herz. Und dann schocken... Dieses dürfte das Apparat freilegen werden. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht in den Stich lassen. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Irgendeine Art von Mechanismus. Zweifelsfrei, geheim und fürchterlich. Das fehlende Kerzenlicht stellt eine... Okay, das war das da oben gewesen. Ähm... Pumpenwerk. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen und um die Tankstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir aber im Weg. Das ist auch alles, was wir vorher schon mal hatten. Und bei den Fabrikbüros, ja... All die Hinweise auf einen großen Arbeitsplatz... Kein schatzliches Lebenszeichen... Bringt mich leider auch nicht weiter. Das Pumpenwerk bringt mich auch nicht weiter. Gutsam, genau. Und Heilige Befehle hat man ja gerade durchgelesen. Ich verstehe es nicht. Gefundene Dokumente... Nee, okay. Also, Natur steht... Wenn alle Kolben stillstehen, kommst du dir durch. So, alle Kolben laufen. Wir haben Kolben 1, Kolben 2, Kolben 3. Also 4, 5 und 6. So. Gefahr. Kein Zugang unter den Kolben bei grunen Maschinen. Wie kommen wir bis jetzt, wenn Maschinen ist... Ist at rest. Ja, aber... So. Wir gucken jetzt mal. Wir haben hier den Kolben. Der läuft. Wir haben hier die Maschine, die brennt. Wir haben hier 1, 3, 5. Grün. Da hinten haben wir... 6, 4, 2. So, auch. So, wir haben hier noch den anderen Kolben. Der läuft. Ja? Hier komm ich nicht mehr zurück. Weil hier bin ich ja unten drunter. Und dann... Nö. So, was kann ich denn jetzt bitte noch machen? Es gibt ja nur diese zwei Kolben, die wir in Betrieb nehmen konnten. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Okay, geht nicht. Oh, Leute. Der war jetzt nicht ganz oben. Deswegen. Okay. Gehen wir wieder zurück. Um zu... Wir laufen hier lang. Ob das Tor sich öffnet... Geöffnet hat. Es hat sich geöffnet. Und wir gehen hier durch. Und gehen jetzt noch tiefer. Wunderbar. Oh, nee. Okay. Was ist passiert? Was? Was war das? Ein Geräusch? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Bitte. Was ist... Warum flackert's? Was ist... Wie? Warum? Ich geh hier hoch. Ich geh nicht hier hoch. Ich kann da nicht hoch springen. Muss ich mich irgendwie verstecken? Oder... Ist alles... Ey, wenn er hier so flackert, ist es ganz schlimm. Ja... Und es geht auch noch tiefer, oder wie? Es geht noch eine Etage tiefer. Oh, nein. Okay. Okay, 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 okay. So, wir haben hier hinten noch... Äh... Äh... Auch so einen Brennofen. Aber... Er steht auf! Und jagt mich! Warum? Ich hab dir noch nichts getan! Mach doch nicht... Sowas... Ist der jetzt weg? No... Ist du weg? Okay, also das Blinken... Ich sag jetzt einfach mal, das Blinken zeigt mir an, ob ich in Gefahr bin. Ähnlich wie bei Fasmodovia. Heißt, dass hier in der Nähe ein Gegner ist. So, dann muss ich das anscheinend ausmachen. Wir rennen weg! Okay, er reagiert anscheinend auf ein Licht. Das heißt, wir sind jetzt... Wir versuchen das Ganze im Dunkeln hier irgendwie zu... zu machen. Ich weiß auch nicht, ob er alleine ist. Oder ob er... Freunde noch hat. Ich seh nicht so viel. Ja... Hier blinkt's. Letztens war das noch so gewesen, wenn's geflackert hat. War cool. Weil war dann immer so ein Hinweis von den... von den Kindern. Nein, nein, nein. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Oder hat er mich gesehen? Nein, hat er mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Wir gehen jetzt hier runter. Ganz leise. Ich versuch, es zu benutzen. Okay. Wir haben's geschafft. Glaub ich. Ich seh nichts. Ich seh genauso viel wie ihr. Nichts. Okay, wir sind auf irgendwelchen Förderbändern für... Kohle. Ich sag jetzt mal, damit wird einfach der Brennstoff transportiert. Ohne? Okay, hier geht's wieder nach oben. Flackert auch das Licht. Also scheint immer so Mechanics zu geben. Wo... mir das Spiel auf jeden Fall hilft. Aha. Danger. Chemikalientransportgefahr höchst ätzend, höchst entzündlich. Äh... Kann ich mich jetzt hier drin auf... Oh, oh. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, dass er mich jetzt nach da oben zieht irgendwie. Oder vielleicht auch noch weiter runter schiebt. Äh... Weil wer weiß, wer macht mir denn jetzt auf der anderen Seite auf? Und ja... Die andere Frage ist... Wie hab ich's geschafft, den Knopf von hier drinnen zu drücken, dass ich nach oben oder nach unten komme? Oh. 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 Was passiert? Okay. Okay. Hey, der ist dunkel. Wir sind abgestürzt, oder? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Aha. Hier ist wieder ein Telefon. Hier scheint... Hier scheint safe zu sein. Ey, der Typ. Wirklich. Ja? Entführt meine Kinder? Oh. Wo sind wir denn? Und macht jetzt hier Druck. Ach nee, ey, wirklich. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung des... Äh, was? Assimilierung von Gewebegruppen... ...wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels... Ein... 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 Escherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Diese wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenberg-Vitae-Infusion und einem Teil Orgon-Monaden-Dispersär-Flüssigkeit ist ausreichend. Also, schlimmere Wortzusammensetzung hättest du jetzt auch nicht finden können für die... zum Vorlesen. Äh, sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie initiiert wurde, kann sie mit dem Schaumann-Lampe aktiviert werden. Mit der Schumann-Lampe. Schaumann, genau. Ähm, außerdem des... äh, außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Okay. Also, es gibt anscheinend so eine... so eine Special-Lampe. Ich kann die... oh nein, ich kann die noch bewegen. Warum kann ich die bewegen? Oh, nee. Ach so, ist das die Lampe, die die meinten? Die Metall zerstört? Geht das? Das wäre jetzt interessant, weil wegen dem Schloss. Weil ich gehe mal von aus, wir müssen hier irgendwie weiter. Aber wie komme ich nicht weiter? Weil es ist voll. Weil... geht nicht auf. Schade. Schade, schade, schade. Ah, okay. Hier können wir wieder alles aufmachen. Wunderbar. Vielleicht befindet sich ja dahinter was. Aber nein. Natürlich nicht. Haben wir hier wieder was zum Öffnen? Nee, hier oben haben wir wieder was zum Öffnen. Klar. Packt man sich so in den Schrank. Ne? Das ist ja... Logisch. Hier, nichts... nichts Interessantes. Für mich. Okay, dann gehen wir erstmal weiter runter. Und schauen mal, wie es weitergeht. Und hier ist schon wieder so ein Abbild. Wie? Gar kein Alkohol diesmal drinnen? Von so einem Tempel. Ah, da ist eine Brille drinnen. Äh? Ein Büchlein. Und lass mich raten, in der letzten wird eine Flasche drinnen sein. Nee, auch nicht. Okay. Hier gibt es anscheinend nicht so viel Alkohol. Finde ich auch gut. Ne? Bei der Arbeit Alkohol? Nicht gut. Nicht gut. Aber okay. Also hier gibt es auch nicht mehr oder weniger. So, hier gibt es jetzt zwei Wege. Wir gehen jetzt mal Richtung... Niedrigtemperaturlagerung. Klar. Die können einfach sich auf zwei Beine stellen. Und ich glaube, dann sind die richtig schnell. Aber so riech. Riech schnell. Okay. Also hier muss ich schon wieder was aktivieren. Oder auch nicht. Dann gucken wir, was in dem Briefchen steht. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch. Vorne und hinten. Okay. Und alles läuft mir die Beine runter. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze. Und jetzt gebe ich Organklumpen von mir auf dem schmutzigen Stein. Trinkt das, sagt er. Und ich trank es. Wegen der Veränderungen, die mein Inneres nach außen kehren, niese ich meine Zähne raus. Die vier Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen aus. Trink es, sagte er. Es wird gegen das Fieber helfen. Denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf dem anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken. Aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gereicht wahrscheinlich. Und ich hörte, wie er es trank. Oh mein Gott. Wie kann ein Mann derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Okay. What? What? Nee. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe und ob das alles richtig war, aber... Was ist das für ein Spiel? Und was machen die hier? Hallo? Also... Oh Gott. Ich renne mal weiter. Oh Gott. Ich hör den hinter mir. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Bitte nicht. Ja, Flaschenpost. Nächste Mal benutzen wir einen equalen Mix von Infusion, Vita und Orgon Disperser. Nein, nein. Just take him out. Du kannst ihn in Ruhe, für alles, was ich will. Oh, nee. Okay. Wir haben jetzt die Flaschenpost quasi... Ja. rüber gereicht. Okay, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr zurück. Okay, okay, okay. Also wir wurden auf jeden Fall verfolgt von dem Dings. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. Zu den Käfigen. Klar. So, lass mich raten. Da wird jetzt auch keiner mehr in den Käfigen sein. Okay, ich mach mal lieber Licht an. Äh, ich seh hier nämlich nichts. Äh. Ruhe. Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder an was aufgeregt werden. Okay. Ja, da würd ich auch mal sagen, mach mal ein bisschen Lärm, oder? Also hier scheint aber auch... Also hier scheint auch keiner zu sein. Glaub ich. Oder? Ähm, so. Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Kann ich hier wieder rein? Ah, nee. Schade. Äh, okay, da geht's weiter. Hier geht's aber auch nochmal weiter. Hier geht's ja auch nochmal zur Tür. Ruhe, die Neuwerbungen dürfen nicht... Ah, okay, aber hier kommen wir nicht durch. Gut, 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 gut. Heißt also, wir müssen hier lang. Vielleicht haben wir ja hier auch wieder sowas wie eine Art Flaschenpost, die wir überbrücken müssen. Guck mal hier, ey, die Dinger kennen wir doch auch noch. Von dem ersten Teil von Amnesia. Oh nein. Oh nein, warum kann ich einen Teddy mitnehmen? Oh nee. Hier ist noch eine Notiz. Oh, einen Teddy mitnehmen. Oh nee, 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 nee. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichsten Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermessen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne. Wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in einer Reihe, mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notduft. In den Manipulatoren ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen vom Gas. Ich höre, dass stumpfe Stöhne als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Oh nee. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Ich sage ja, das Spiel ist... Alter. Okay, warte mal. Wollen wir jetzt den Teddybär vorsichtshalber mitnehmen, oder... Na komm, wir nehmen mal... War hier noch eine Notiz? Nee, wir nehmen mal den Teddy vorsichtshalber mit. Ohhhh... Over there, place it in the corner. What? You think I speak Russian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Mhm, mhm. Ja, nee, nee. Ja. Okay. Hier gab's einen Wind... Windhau. Warum ist jetzt die Tür rumge- Weil die Tür ist... Oh, nee. Nee. Hier geht's weiter? Ah. 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 Scheiße, ernst? Oh, nein. Also, ich hoffe, die sind so ein bisschen blind. Hoff ich. So. Ich hoffe, dass die mich jetzt hier nicht sehen. Wenn ich mich hier verstecke. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Okay. Ich versuche jetzt ganz leise an ihm vorbei zu steppen. Und ihn hier auszuspielen. Weil er dürfte mich ja hier nicht sehen. Äh, genau. Nein. Nein. Ja. Ja. Du siehst mich nicht. Nein, nein. Alles gut. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen was sehen. Nein. Nein. Warum ist denn der so bescheuert? Sieht ihr mich doch? Dann nehme ich doch sie. Blöde Sau. Wo ist er hin? Ist er weg? Also hier runter. Okay. Ich versuche immer noch zu. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Oh, bitte. Nein. Warum? Warum bist du denn so laut? Warum? Aha. Der Fahrstuhl ist kaputt. Sagt er mir jetzt? Hat er das nicht schon früher sagen können? Nee, dann ist er doch gleich einen anderen Weg genommen. Und nee. Kann ich denn hier irgendwas machen? Gibt es hier eine Möglichkeit? Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gehen nach oben. Okay. Der, 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 der Typ, der, der ist, ich sag jetzt mal Schweini, Monster. Scheint nicht mehr da zu sein. Ja, und hier komme ich nicht durch. Okay. Ja, guck mal, wir sind hier in dem anderen Gebäude, wie ich schon vermutet hatte. Aha, Flaschenpost. Schon wieder. Kann ich, muss ich hier irgendwas nehmen? Kann ich das da und da reinpacken und sagen... Warte mal. Wenn ich das jetzt drücke, den... Den trigger ich doch bestimmt wieder so ein, so ein, so ein Monster, oder? Ich trau dem, dem, dem Sch... Ich trau dem noch nicht so ganz. Da ist ein Teddy. Will ich ein Teddy mitnehmen? Hiddies, ihr wart auch noch hier. Ich hab euren Teddy mitgenommen. Scheiße. Okay, hier ist noch ein Zettel. Was steht hier? 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X oder Verbindung 10 habe dem Hund Strychinin initiiert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in ein großes Verhältnis voller Verbindungen X oder 10 getaucht und mittels einer Induktionsspule dreieinhalb Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partizielle Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychnin-Vergiftung, bis ich seinem Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen? Ja. Das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. What? Ja, nee. Einfach nee. Achso, jetzt habe ich die Tür auf. Ist ja tutti. So, heißt für mich jetzt... Ich könnte jetzt das da anmachen. Ähm. Bin ich nicht hier langgelaufen? Und war da nicht gerade noch eine Tür? Äh. Okay. Ich tue mal so, als ob ich jetzt die Flaschenpost und mich hier ganz schnell verdünnisire. Weil ich Angst habe, dass ich gleich verfolgt werde. Wie beim letzten Mal mit der Flaschenpost. Äh. Wo bin ich? Ah. Deswegen die Flaschenpost. Damit ich hier, äh, Sachen reinschmeißen kann. Okay. Cool. Warum gibt es jetzt hier einen Timer? Äh. Ähm. Gott. Jetzt habe ich hier irgendwas... Habe ich jetzt irgendwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen? Ey, was ist denn da rausgeflogen? Was bist du denn? Warte mal, jetzt habe ich eine Info bekommen. Ich habe die Verbindung, wie ein lebendiges Ding zischt und dampft es in den Behältern vor sich hin und ein wahres Hexengelee zum Brennen und Ätzen. Oh. Die gläserne Behälter ist eine merkwürdige Wahr, es sei denn, es besteht aus besonderem Grund, weshalb allgegenwärtig Metall nicht mit dieser sogenannten Verbindung in Kontakt kommen darf. Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen. Äh. Ja. Was mache ich jetzt mit diesem... Mit, mit... Muss ich das jetzt da reinpacken? Nö. Warte mal. Achso. Ah. Muss ich das jetzt hier mit nach oben nehmen? Warte mal, wir können ja mal ausprobieren, ob wir das jetzt hier... Äh. Mit hochnehmen können zu dem, zu dem Labor. Um... Quasi das Ding hier kaputt zu krassen. Genau. Damit ich das mit der Lampe hier... Verbrennen kann. Hallo? Lampe? Soll ich bitte so äußern, dass ich hier... Ah, Mann, ey, die Steuerung! Lampe, komm hier hin. Jawoll! Und fluck! Sehr gut! Und jetzt gehen wir ganz schnell hier weg. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, schnell, 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 ey, ja, 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 ich bei mich, ich bei mich, ich, ich, äh... Gott, bei mich. Ah, da krieg ich sogar Schaden, okay. Cool, oder auch nicht so cool. Krieg ich auch Schaden? Moinsen! Ja, soweit so gut. Äh, wir sind beim zweiten Teil von Amnesia. Und, äh... Es ist ein krankes Spiel. Bin ich ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, hier haben Ebene 2 freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich darüber so glücklich bin. Ich weiß leider auch nicht, was hier immer so passiert. Okay, das sieht jetzt schon eher wieder wie... ...der erste Teil aus. Amnesia-mäßig. Obwohl nicht ganz. Ist es nicht gefährlich, dass diese schadenste Schaden zu collecten, so close zu den Korn? Wir können die Flöte nutzen, um die Turbine zu verbringen. Es wird immer ein torrent von Excreta, um durch diese Tunnel zu verbringen. Wir können das nutzen, um die Produktion der Stim und zu verhindern, um die Konstanzin. Gott, das Stench! Das Fecal-Matter ist der wahrsten Produkte der Zeit. Ja... Ja... Gott... Ist da was drinne? Nee. Ach, nicht sowas. Oh Gott, wenn die Lichter so flackern, dann habe ich immer so ein bisschen Bangel vor. Aber ich sehe, hier kommt noch was. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Äh... Okay, hier sind Türen. Schleusentor 1. Schleusentor 2 wahrscheinlich dann. Okay, die müssen wir wahrscheinlich öffnen. Glaube ich. Oder? Ja, das mit Schleusentor genau, okay. Okay, okay, okay. Was war das? Also... Hallo? Okay. Äh, warte kurz. Äh, war gestern Abend noch bei Ist der Dot? Aber das Game war zu hart für mich. Und ich bin wieder gegangen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir das gestern Abend auch mal kurz angeguckt bei Ist der Dot? Ähm, das Spiel kannte ich schon. Äh, Locked Up. Geiles Game gewesen. Aber ich muss auch sagen, äh, Ist der Dot, der ist nicht ganz so schreckhaft. Äh, ich sage jetzt mal wie Stevie und meine Wenigkeit. Weil Locked Up hat uns ganz schön die Hosen ausgezogen. Muss ich wirklich gestehen. Aber ich habe zum Ende eingeschaltet. Und ähnlich ist auch leider das Spiel hier, was mich ganz schön... Was ist das? Und warum verfolgt es mich? Oh Gott, es könnte hier hochkommen. Oh no. Oh no. Das wollen wir nicht. Oh no. Oh no. Okay, wir sind jetzt hier... Wir sind jetzt in dem unteren Bereich. Richtig? Ja. Wunderbar. Das Telefon müsste eigentlich auch gleich klingeln hier wieder. Oder auch vielleicht nicht. Aber wir lesen erstmal hier den wunderschönen Brief. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist es nicht Schelm und ich bin kein... Eli... Was? Eliyahu? 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 Zumindest nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnet... 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 Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und übel riechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie in zwei. Da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren Vita-Splittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt, in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie fortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt. Die Domizile gescheiterter Experimente geistern der Angst und der Boshaftigkeit. Oh, nee. Das ist ein Wasserelektropokémon. Jetzt weißt du, was da schwimmt. Ob er das vorteilhaft ist, die Überzeugung ist, ist so lala. Ja, das stimmt. Und ein Elektropokémon. Würde ja auch heißen, dass ich ja dann nicht da rein kann. Weil ich weiß nicht, ob ich denn da rein muss. Also, vielleicht muss ich ja an dieses Rädchen kommen, um dieses Tor da zu öffnen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich aber die Schleuse so öffnen und das Wasser hier ablassen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Kriege ich Schaden? Nee, ich könnte hier rein. Und ich gehe ganz schnell wieder raus. Oh Gott. Nee, nee, Freunde. Das machen wir nicht. Das ist, nee. So, wir gehen mal geradeaus. Okay, wir gehen nicht geradeaus weiter. Okay. Okay. Hä? Hä? Wie? Wie kann sich das denn jetzt schon wieder verändert haben? Ich bin doch hier gerade durch. Und rein logisch gesehen, guck mal, hier, hier ist doch der... Nee, ist nicht. Oh lol. Ich dachte, dass ich hier auf der anderen Seite stehe. Also, quasi, so jetzt hier davor stehe. Aber nein. Da ist noch ein Gang dazwischen. Trollow. So, hier drin scheint auch einer zu sein. Aber... Da kommen wir nicht hin. Und hier ist Schleusentor 1. Genau. Da ist Schleusentor 2, Schleusentor 1. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Weil wir müssen ja irgendwie die Schleuse öffnen. Oder? Wir müssen ja das Wasser ablassen. Weil hier macht es keinen Sinn. Und hier ist auch schon wieder unser Pokémon. Guckt mal hier. Ich glaube, ich bin nicht willkommen. Ja, ich glaube, ich bin wirklich nicht willkommen hier. Aber... Was bleibt uns denn jetzt anderes übrig, als... Da ins Wasser zu gehen? Weil da kommen wir nicht weiter. Hier haben wir die Notiz gehabt. Also... Hier. Also, hier geht es ja auch nicht weiter, oder? Geht es hier noch weiter? Möchte ich was übersehen? Da ist die Gasse. Hier gibt es... Oh, hier gibt es... Oh, hier gibt es ein Rädchen. Schleusentor 1. Okay, wie kriege ich jetzt die Schleusentor 2? Äh... Okay, Telefon. Ja, ich bin dabei. Wir warten für dich. Das hat es jetzt nicht gebracht, mich jetzt hier anzurufen, um zu sagen, dass ich mich beeilen soll. Hättest du einfach mal nicht an hier rufen. Denn wäre ich... Äh... Wahrscheinlich ein bisschen flotter unterwegs. So. Wir gehen jetzt wieder zurück zu... Warte mal. Ist jetzt das Tor hier vielleicht offen? Äh, nein. Äh, wir gehen jetzt wieder zurück, damit wir gucken, ob wir... Durchschleusentor... Aha. Da ist wer! Oh nein, das ist... Ohohoho! Da ist das Pokémon! Ah. Ah, okay. So. Das ist jetzt Schleusentor 2. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ich muss doch irgendwie... Warte mal. Ach, das Tor ist auch offen. Cool. Na ja, dann kann ich ja komplett zurückgehen. Na, das ist ja nice. Warte, los rein. Ich kann nicht zurück. Warum kann ich nicht zurück? Nein. Ich kann da nicht zurück, Freunde. Wasser steht höher, glaube ich. Ich ziehe jetzt... Was? Ich ziehe mir jetzt ein paar schöne Piccolonis rein. Na ja, dann guten Hunger. Piccolonis wären auch was Leckeres jetzt. So ein kleiner Snack so zwischendurch. Oh, lecker. Oh, warte mal. Könnte ich... Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? Oh, nein. Ja. Ach so. Ja, warte mal. Ich bin ja... Ich bin ja blöd. Hey. Ja. Guck mal, da stand ich gerade. Ähm. Ähm. Tipp. Ja. Ja. Ohne Worte. Äh, der Benny ist ein bisschen verplant. Das gehört dazu. Ja, okay. Hier haben wir wieder eine kleine, eine kleine Mitteilung. Wir können siebben. Wir können siebben. Wir können siebben. Wir können siebben. Wir können ein roter, altes Welt mit einer clean, eine neue Welt. Mr. Landers, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does, indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door, like pigs to truffles. Hey, ich sag ja, it is, it, oh, wirklich, also nur wirklich kranke Story, äh, äh, steckt hier hinter. Weiß also, ich weiß ja nicht. Okay. Äh, die Story, die nimmt mich, also die, die ist, die ist wirklich heftig. Okay. Okay. Was war das? Oh. Oh, wir gehen erstmal hier hin. Okay, hier, hier kommen wir nicht weiter. Cool, 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 cool. Kann ich, kann ich hier den, ich würde gerne den Brief hier in der Ecke nehmen. Danke. 17. Februar 1899. Und ich sagte, schaut, meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagen, ja, Papa, ja, hier sehen sie, eine hohe verwitterte Spitze einer steilwendigen Pyramide, ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab, Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen, die auf den Stufen gedeihen. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Und hier, hier hat der König gesessen. Und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier, das ist das Haus der Toten. Und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Oh Gott. Nein, meine Lieblinge, wilde waren sie auf gar keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch. Aber vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herzbefallen des Himmels zu verhindern. Das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Ja, nein, kann man, nein. Nein, man weiß es doch besser. Oh Mann. Auch 1899 wusste man es besser. Also, so viel setze ich mal voraus. Okay, also wir lassen jetzt hier wieder Wasser ab. Glaube ich. Ja. Damit können wir hier lang. Und da ist unser Pokémon. Ja, 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 ja. Gebiess, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich befreie euch. Okay, wir sind jetzt hier. Oh nein. Wieder so ein Mechanismus. Erstmal musst du wieder eingesperrt. Ja, wirklich. Dann drehst du hier an dem Rädchen. Damit die Tür zugeht. An dem Rädchen kannst du noch nicht drehen. Dann sagst du hier on. Kurze Frage. Wieso sind jetzt die ganzen Schweine da reingezogen worden? Ich muss mich leider schon verabschieden. Springe jetzt zum... Ist der dort? Viel Spaß euch noch. Viel Glück. Danke fürs Reinschauen. Ja, die Menschen werden zu Schweinen irgendwie umgewandelt. So ist zumindest meine Vermutung. Und dann kriegen die da irgendwelche Tränke und allem drum und dran. Also wie so eine Art Sekte, um ins Paradies einzuziehen. Warum auch immer. Und dann macht man mit denen ganz kaputte Experimente. Ist der dort denn jetzt schon heute wieder online? Für die Zeit? Was? Ach ja, heute ist ja Donnerstag. Heute fängt er, glaube ich, um 14 Uhr an. Cool. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Und danke fürs Reinschauen. So, jetzt machen wir erstmal die nächste Tür auf. Und ich habe die böse Vermutung, dass, auch wenn ich zu meinen Kindern, äh, hinkomme, ähm, dass die vielleicht auch zu irgendwelchen Schweinen verwandelt worden sind. Ich hoffe nicht. Und dass wir dann vielleicht noch so wie so eine Art Gegenmittel benötigen? Wäre die nächste Vermutung. Was machen die da heute? Oh Gott. Nee. Mach doch nicht so was. Mach die Tür auf. Oh. So, sind hier, äh. Sind hier meine Kinder? Irgendwo? Bitte? Kann ich die... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Freunde. Mach doch nicht so was. Und die schlafen einfach wie in den Käfigen. Oh, nee. Äh. Kinder? Seid ihr hier? Kinder? Oh, bitte nicht. Wichtig. Arbeit zusammen. Schlaft alleine. Verbrüderung wird nicht toleriert. Okay. Oh. Und hier müssen wir runter? Oh, nee. Oh, nee. Ich will das nicht. Oh Gott. Jetzt geht's nach unten zu den, zu den, zu den Viechern, ne? Oder? Irgendwie tun mir die aber auch leid. Weil die können ja nichts dafür. Die wurden ja einfach nur... Äh. Ja, die wurden ja einfach genommen. Ohne, dass die irgendwie sagen konnten, ich möchte das nicht. Das ist... Ah, nee. Das ist wirklich schade. Gott. Das ist wirklich, äh... Krass. Oha. Hätte ich hier nicht auch ohne Schaden runterkommen können? Zum Beispiel hier so mit so einer Treppe? Ja, hallo? 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 Lol. Okay. Oh. Warum... Machen wir das jetzt hier so durch die... Durch die Kanalisationen. Oder durch die Rohre halt. Macht doch gar keinen Sinn. Also, macht schon Sinn, aber... Also, nee. Aber das ist auch gefährlich. Also, egal ob es Sinn oder nicht Sinn. Aber gefährlich ist es wie Sau. Oh. Oh, nee, nee, nee. Hier komme ich nur wieder da hoch. Okay. Nein, nein, nein. Oh. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Schaden kriegen. Okay. Wir sind... Äh, irgendwie hier. Und können jetzt hier raus. Okay. Ich wollte gerade hier hinten auch rechts gucken können, wo wir jetzt hinkommen. Oh. So, weiter geht's. Ähm. Okay, jetzt hören wir uns erstmal wieder an, was uns wieder erzählt wird. What a profound conversion in Mexico, Mr. Manuel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembark, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Er ist hier, er ist hier! Okay, okay. Bleib doch hier! Also sind ja wahrscheinlich nur unsere, unsere... Ja. Ich möchte euch befreien. Oh, da kommt wieder Pokémon. Lass uns das Pokémon in Ruhe. Oh! Oh nein. Oh nein. Habt ihr das gerade gesehen? Da war... So ein Blut, Blut... Eine Blutwolke, sag ich jetzt mal dazu. Oh nein. Waren das jetzt unsere Kiddies? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Du, lass mich in Ruhe. Was war das gerade ganz kurz? Die Schweinemaske ist ganz kurz da. Oh, ey. Das weiß doch nichts Gutes. Das weiß nichts Gutes. Oder? Aber wir drehen einfach mal am Rad. Machen wir einfach mal Sachen an. Weil genau hier... Genau hier... Genau hier... War... War... War dieser... Ich sag jetzt mal Blutfleck. Okay. Ich konnte jetzt hier nur das Rad an. Okay. Gibt es hier noch irgendeine Sache, die ich mitnehmen muss? Vielleicht. Nee. Nee, nee. Okay. Komm, ich spring jetzt mal hier runter. Eie. Kriege ich eigentlich Leben selbstständig wieder dazu? Weil ich habe bis dato noch nichts gefunden, was Leben wieder regeneriert. Jetzt sieht nämlich alles bei mir jetzt ziemlich rot aus. War vielleicht nicht so clever, da jetzt einfach so runterzuspringen. Hä? Hä? Ich habe ja gerade was gehört. Ah, hallo? Gliess. Geh doch schnell hier hoch. Okay, geh nicht schnell da hoch. Es sind mehr als nur einer. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ganz schnell. Ganz schnell. Bisschen leider. Ganz schnell. Okay, wir haben es geschafft. Ey, das war aber auf jeden Fall mehr als nur einer. Ei, ei, ei. Freunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Und so spielen wir doch auch nicht, oder? Wir machen doch easy. Easy peasy. So, wir gehen erstmal hier unten gucken. Damit wir den Bereich so weit durch haben. Und gucken dann da oben weiter. Oha. Äh, wie es da weiter geht? Da ist eine Leiter. Okay, komm, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Äh, gucken erstmal dann oben. Was wir da noch so haben. Vielleicht kommen wir ja da nicht weiter. Vielleicht ist ja da eine Sackgasse, weil hier ist ja der Hauptpumpensteuerraum. Jawoll. Und hier kann ich... Äh, an diesem Rädchen drehen. Nee, kann ich nicht. Warum kann ich hier nicht an dem Rädchen drehen? Ah. Weil ich hier erstmal was reparieren muss, wahrscheinlich. Und... Vielleicht hier auch noch, ne? Genau. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Jetzt kann ich ja nicht mehr Rädchen drehen. Okay. So, geht jetzt hier diese Tür auf? Anscheinend nicht. Schade. Und dann gehen wir doch wieder zurück. Dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Weil da geht's ja dann anscheinend weiter. Oder? Ja, ne? So, wir hüpfen nicht runter. Weil... Nein, das machen wir nicht. Sondern wir nehmen die Leiter. So, wie es sein soll. Ich wollte gerade sagen, so wie es sein soll, aber... Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ist das jetzt... Nee, oder? Nee. Okay. Also, wir können auf jeden Fall hier wieder hoch. Aber warum konnte ich denn jetzt hier runter? Hä? Einfach nur... Einfach eine Sackgasse? Warum? Warum braucht man sowas? Also, klar, um den Spieler... Äh... Wissen zur Verwirrung. Aber... Hä? Mach doch nicht sowas mit mir. Oder muss ich hier hin? Nee. Oder muss ich da unten irgendwas finden? Auch nicht, oder? Muss ich jetzt hier vielleicht irgendwie wieder zurück? Also, hat sich jetzt hier irgendwas getan? Ohohohohohohohohohohoos. Ist ja gut. Ah, durch den Dampf komme ich nicht. Ich kann ihn mir angucken. Einfach mal. So, hier geht es auch nicht weiter. Hä? Muss ich den hier runter wieder? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt geht wieder die Sucherei los. Äh. Ja, wir laufen hier lang, weil uns das egal ist, was diese Elektroviecher von uns wollen. Ja, macht gut, macht gut. Wir haben hier das nächste Tor, was wir öffnen können. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach, und dann können wir hier wieder den nächsten Raum erkunden. Das finde ich doch schön. So, dann erstmal wieder drehen. Dann jetzt hier wieder den Schalter umlegen. Wunderbar. Dann hier wieder drehen. Ah, nee, zuerst muss der Druckohrst umgemodelt werden. Ja, hast du gemacht? Jetzt können wir. Wunderbar. Und jetzt kann ich doch den hier dann schon wieder runter machen. Sehr gut. Ja, langsam, langsam kriege ich es hin. Mit der Mechanik. Kann ich jetzt eigentlich hier auch das wieder zurückdrehen? Nee. Schade. Gut. Ja. Jetzt bin ich hier angekommen. Wo sind wir denn hier? Meine Güte, jetzt geht es aber hier los. Hauptsystemzugang. Hm. Ah. Dann lass uns doch mal reingucken. Was sich dahinter verbirgt. Oh, ich hab ein bisschen, ein bisschen Bange. Wo sie es denn sind? Äh, okay. Okay. Gut. Hier haben wir noch wieder eine Notiz. Hauptsystemzugang. Das sieht doch mal ein bisschen mager aus. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir. Aber ich kann nur die Stimmen aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in dem verfallenen Brustkopf pflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten. Denn es war exakt dieselbe Schändung, von der er mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims. Und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich dran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter meinem klein, klagenden Häuschen der Rododendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend Meine Güte, ey. Der Typ, der hat auch ein bisschen was an der, an der, so ein bisschen was an der Waffel, ne? Aber gut. Stopp! Kein Zugang für unautorisierte Personen. Die Verwaltung. Ja, na dann, ich gehöre zur Verwaltung. Wer was anderes behauptet, lügt. Behaupte ich jetzt mal. Und du kamst dann zu London und du hast mich auf eine mentalen Beine gestellt. Und dann gingst du in das Haus und geredet die Serpente und wir sagten, dass du und ich sie wieder kraftieren. Und dann gingst du in den Garten und sie schmieden diese kleinen Schattenkirchen, allein. Für deine Kinder Madness, um ihnen das Welt, die du gegründet hast, für uns alle. Oh nein. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass der irgendwas mit meinen Kiddies gemacht hat. Also wenn ich dieser Madness bin, dann bin ich ja auch dieser kranke Typ. Ja, dann, oh nee, ey. Was ist das für ein Konstrukt? Wie tief haben die gebaut, damit das hier alles... Also ich bin ja nur immer tiefer und tiefer runtergegangen. Krass. Krass, krass, krass. Oh, dear God. Dear Christ, what is this place? Ja. Brennstab-Kontrollraum. Na dann. Gehen wir uns nochmal die Brennstäbe anschauen. Und setzen die... Anders? Neu ein? Oh Gott, hier, hier sehe ich's. Oh nee. Oh nee. Das ist doch schon wieder so ein schönes Rätsel. Ein wunderbares Rätsel für den Penny. Hier geht's auch nochmal runter. Aber erstmal hören wir uns hier wieder unser Kranow-Föhnchen an. Und sie fühlen keinen Schmerz. Der Prozess ist komplett humain. Humain, Professor. Dass wir den akzeptablen Laufenden von der menschlichen Konditionen beurteilen. Fragen den Begeber, Professor. Fragen den Orphan. Fragen den Hör. Fragen den Verzweifel, Professor. Die Weak, die Sick, die Filze. Fragen sie, dass ihr humain definiert. Humain. Ja. Frag sie doch mal, wie menschlich das Ganze war, was du da so gemacht hast. Und ich hoffe nicht, dass wir Mendes sind, dass wir der Verantwortliche sind, der hier den ganzen Blödsinn da gemacht hat. Das wäre echt nicht... Nee. Nee. Weil dann würde ich mich wirklich die Treppe einfach zigmal runterstürzen. Einfach nur, damit ich dann weg bin. Aber gut. Ich schaue gerade auf den Timer und sehe gerade, wir haben die anderthalb Stunden wieder vor. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in der heutigen Folge. Lasst gerne im Kommentarbereich kurz mal eine Info da, ob euch dieser... Das, was wir jetzt hier gerade so machen mit den anderthalb Stunden Folgen, ob das euch auch wirklich gefällt oder eben halt nicht. Das würde uns auf jeden Fall viel, viel bringen oder uns weiterbringen oder helfen, wenn ihr uns da kurz was dazu schreibt. Ansonsten lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns wieder morgen zu einer weiteren Runde Amnesia Uncut. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Uncut. Das Ganze machen wir für YouTube und das Ganze machen wir auch aktuell gerade auf Twitch. Falls ihr mal mit dabei sein wollt, kommt gerne bei uns auf den Twitch-Kanal mal mit rauf. Wir schreiben euch auch den Twitch-Kanal mal unten in die Beschreibung. Einfach mal reingucken. Ab und zu werden wir da auch ein paar schöne Sachen streamen. So, und dann gehen wir mal direkt wieder ins Spiel. Weil wir sind ja hier gelandet. Und müssen ein Rätsel lösen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen irgendwas mit diesen Knöpfen hier machen. Eine wirkliche Info haben wir durch die Nachricht da nicht bekommen. Hier ist wieder die wunderschöne Schweinemaske. So, und wir haben ja noch gesehen in der letzten Folge am Ende. Hier geht's runter. Da werden wir jetzt mal gucken gehen. Was war da zu finden? Oder vielleicht auch nicht. Einfach wild die Knöpfe drücken. Könnte man mal. Werden wir auch noch machen. Aber erstmal wollen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Lösung. in welcher Reihenfolge die Knöpfe sein müssen. Vielleicht erfahren wir ja das Ganze. Können Sie hier nochmal so ein bisschen. War da oben? Was steht hier? Gefahr. Verbindung X. Höchst entzündlich. Höchst entzündlich. Höchst ätzend. Höchst giftig. Oh. Äh. Oho. Äh. Ja. Äh. Heißt jetzt. Wir machen. Achso. Ich muss hier die. 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 Richtig. Ja. Und irgendwie hört sich das an wie so ein. Äh. Wie so ein Geigerzähler. So. Hier ist doch alles jetzt an. Genau. Äh. Das. Muss ich jetzt alle. Warte mal. Jetzt gehen wir mal nach oben. Vielleicht muss ich ja wirklich nur dieses eine Ding da öffeln. Und jetzt kann ich irgendwie mit den Knöpfen alles betätigen. Warum auch immer ich jetzt alles betätigen muss. Aber das werden wir ja gleich herausfinden. De 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 de. De de de. So. Da sind wir wieder. Und jetzt drücken wir mal Knöpfchen. Äh. Das können wir nicht drücken. Okay. Dann auch. Und Nummer 3 auch nicht. Also 1, 2, 3 geht nicht. Und 8 geht nicht. Oh doch. 8 geht. Aber 3 geht noch nicht. Ich muss mal warten bis die runtergefahren sind. Okay. Okay. Jetzt habe ich. Alle 3. Und. Was mache ich jetzt? Gehen wir jetzt hier nochmal? Also wir. Ich gehe jetzt mal hier zurück. Ich glaube nicht dass wir jetzt nochmal nach unten müssen. Ich glaube dass wir jetzt hier irgendwas freigeschaltet haben. Vielleicht. Äh. Äh. Irgendwann. Was? Wie? Erstecken. Warum? Ist ja mit dir verkehrt. Ich kann den Himmel nicht bewegen. Aber den dafür. Ja. Ja. Wo seid ihr denn? Warum gehen die ganzen Lampen an? Oh. 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 Hier geht's hoch. Hier. Okay. Und wir werden eingeschlossen. Was war das? I know. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children. And my time is come. More pig. More pig. More pig. Boys. Boys. Was sind denn meine Kinder? I'm sorry. Oder? Okay. Was mit ihm passen? What? Ey, sagt mir bitte nicht, dass das Spiel jetzt durch ist. Nee, oder? Nee, 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 nee. Das kann's ja jetzt noch nicht gewesen sein. Okay, jetzt war's auch noch nicht. Und irgendwer flüstert mir ins Ohr mit Daddy. Uh-huh. Oh, no. Oh, God. Okay. 29. Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauer niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist und zu was er geworden ist? Sind das unsere Seelen? Ja. Ja. Also, waren wir es denn doch selber, die das alles hier verursacht haben? Oder wie jetzt? Druckregler. Aha. Ah, ah. Also, wenn wir das wirklich selber waren... Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also... Wir haben ja unsere Kinder gerade gesehen, oder nicht? Ach, das war alles... Das ist alles sehr creepy. Okay. Äh, hier gibt es noch wieder ein Briefchen. 31. Ablagerung abzuschrumpen. Und so marschieren unsere kleinen Entdecker in die Dunkelheit bewaffnet nur mit einem gekürzten Besen. Sie müssen sich aber beeilen, denn der Druck können wir natürlich nur für kurze Zeit unter Runden halten. Ansonsten riskieren sie, gefangen im Rohr von den überhitzten Dämpfen gekocht zu werden, wenn sie zurück ins System strömen. In solchen Fällen müssen wir hinterher ihre Kameraden hineinschicken, um die abkühlende Sauerei zu beseitigen. Von den Überlebenden weiß ich, dass man über die Rohre jeden erdenklichen Ort im Komplex erreichen kann. Ich lächle und sage ihnen, dass ich sehr stolz sei. Und dann verfüttere ich sie an die Schweine. Äh, was?! Also das Game an sich ist wirklich krank. Äh, wirklich krank. Also Stevie und ich haben ja schon einige wirklich sehr, sehr kranke Spiele schon gespielt. Aber, puh, das hier ist mal ne Nummer härter. Also, ist heftig. Nicht härter, aber ist krass. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ähm, ja. Was ist jetzt meine To-Do hier? Also hier leuchtet alles grün, grün, grün. Äh, kann ich hier den Hebel? Ne, kann ich nicht. Ähm, kann ich irgendwas hier machen? Außer mir jetzt anzugucken, wo ich bin? Ich kann an keinem Rädchen drehen. Ich komme hier nirgends wo durch. Ich bin jetzt hier wieder runter. Hier komme ich nicht hin, ne? Oder kann ich hier hin, wenn ich mich hier so klein mache? Ne, auch nicht. Ja, ist ja gut. Scheibenkleister. Ja, was ist jetzt mein To-Do? Was ist jetzt mein Auftrag? Automatische Druckregelabschaltung. Ja, ich würde diesen hier... Also ich gehe davon aus, wir müssen den Druck abschalten. Ähm, ich weiß nur noch nicht wie. Weil ich kann hier mit nichts interagieren. Also die Kurbel ist ja auch festgezurrt. Hier gibt es keine Knöpfe. Oh, warte mal, hier. Jawoll! Und jetzt können wir hier den Druck abschalten. Und jetzt können wir doch hier hinten bestimmen. Ne, 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 ne. Für Sabedage. Ich glaube nicht, dass du deine Kinder wieder kriegst. Bin ich ehrlich. Ich glaube, da ist... Das ist vorbei. Oh, nein. Ey, guck mal, was hier alles liegt. Oh, nein. Okay. Taschenlampe? Oh. Ich sehe nichts mehr. Es ist alles verworchen hier. Hallo? Ich kann auch die Taschenlampe nicht mehr rausholen. Was passiert? Sind wir jetzt ohnmächtig geworden? Oh, oh. Da ist der Schweini. Da ist gerade jemand langgelaufen. Nehmen wir uns mal den Zettel. Löffel? 1. Dezember 1899. Einen Löffel Medizin, sage ich, und es ist ein Silberlöffel, den du schon bei deiner Geburt hielst. So war es für Mama noch schmerzhafter, aber du hielst ihn so krampfhaft fest. In einer kleinen, schreienden roten Faust. Später hast du versucht, im Garten mit dem Löffel ein Loch bis nach Mexiko zu graben. Und dann hast du mit deinem Löffel Würmer gegessen, um dich zu nähren. Dies war derselbe Löffel, den du deinen Zwillingen gabst. Und dann grubst du mit ihm ein Loch in ihre Uhrwerksesseln und aßt ihre Herzen unterwegs wie Suppe, um dich zu nähren. Mein dicker, kleiner Maulwurf, wohin willst du als nächstes graben, frage ich dich. Und du und dein kleiner Silberlöffel, gemacht aus dem Silberrückgrat deiner Kinder. Oh Gott, eingewickelt in die Haare deiner verblichenen Geliebten. Oh mein Gott, Lilibeth, mein Liebling, was ist aus mir geworden? Ja, was ist aus dir geworden? Das fragst du dich jetzt? Oh Gott, nee. So, hier kann ich auch wieder nicht rüberspringen. Okay, okay, okay. Also hier hatten wir gerade noch ein Monster. Ein Schwein, nicht Schwein. Was hier eigentlich lang gelaufen ist. Aber es ist jetzt weg. Okay. Kann ich damit was machen? Oh Gott. Oh Gott. Es war nicht beabsichtigt. Es war nicht beabsichtigt. Bitte lasst mich in Ruhe. Es war ein Versehen. Wirklich. Ah lol, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Muss ich zufällig? Ja, ist ja gut. Muss ich zufällig dieses Raum mitnehmen? Warte mal mit. Warte mal mit. Um es da hinten einzusetzen? Vielleicht. Aber da komme ich ja nicht so lang. Deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Aber ich... Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht runter gerannt. Habe ich hier so lang? Nee, auch nicht. Ah, ich muss das irgendwie abschalten. Damit ich da... Ich bin der Meinung, ich muss die Rohre sammeln und die dann da hinbringen, damit der Dampf da kombiniert wird, damit ich hier durchkomme. Aber irgendwie... Es ist schon wieder Erdbebenzeit hier. Okay, warte. Hier kann ich nichts mehr abgreifen. Wir hatten vorhin doch noch irgendwo eine kleine Leiter gesehen. Hier. Genau. Gibt es denn hier noch irgendwie Rohre? Guck mal, hier gibt es auch mal so ein Rohre. Flup! Da komm mal mit. Din, din, din. Weil dann nach oben gehen wir auch noch. Gucken. Gleich. Oder können wir jetzt hier... Oh, wir können hier hinten lang. Guck mal an. Hallo? Hallo? Muss hier das Rohr nicht rein? Nein, das Terror muss da nicht rein. Ho ho ho! Hoh ho 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 ho! Hoh ho 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 ho! Ich bin tot, m aktiv. Hauah! Ja, ich bin tot. Okay. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Aber auch irgendwie nicht. Äh, warte mal, wir können... Habe ich? Okay, die Schweine sind... Die sind noch da. Und der Dampf ist noch weg. Und hier ist eine Tür. Die ich nicht öffnen kann. Verdammt. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin hinterm Pfeiler. Du hast mich nicht gesehen. Du bist blind. Du bist blind wie sonst was. Du siehst mich nicht. Ja. Lauf mal da. Weiter. Das war knapp. So, meine Orientierung ist wieder... Okay, ich muss wahrscheinlich da zu Leiter. Ja. Ja. Wir legen uns erstmal hier nochmal kurz hin. Oh. Damit wir... Das Schweinchen da... Ja, 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 ja. Es läuft weg. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 hier hin. Schnell, 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 hier hin. Und ganz schnell, die Leitung Ganz schnell Oder, bitte Bitte, 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 bitte Ja, ich bin oben Jawohl Ich bin weg Freunde, ich bin nicht weg Ah, okay Hier ist jetzt zu Gut, 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 kann ich nicht runterfallen Sehr gut Aber hier kann ich runterfallen Oh, ich muss sogar hier runterfallen Oh, 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 oh Der Tapfer Oh, der Tapfer Was macht ihr denn? Warum? So, und was jetzt? Oh, ich kann sagen, was jetzt? Ja, ja Ich bin nicht zu spät Mein Arbeit hat angefangen Hör sie, meine Piggis Hör sie alle! Nein! Warte, nicht! Bitte Warum? Er hat jetzt nicht Bitte, er hat jetzt nicht alle getötet, oder? Entschuldigung wegen meinem Husten, warte Ich muss mal ganz kurz Mal mich richtig räuspern So Jetzt dürfte es ein bisschen besser sein Oh nee, oh nee Jetzt hat er hier die Leute beauftragt, alle zu töten? Warum? Warum habe ich ihm überhaupt geholfen? Und warum habe ich überhaupt solche Experimente gemacht? So Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt wieder draußen? Nee Wir sind immer noch nicht draußen Da sind die jetzt draußen Oh nein Und wo sind die denn gekommen? Wir wollen doch mal gucken, von wo die gekommen sind Achso Was? Okay, die Schweine sind da hinten lang Cresho und Jones Bugs Row Okay Wir sind in der Bugs Row Wie viele haben Hat der denn hergestellt? Oh Gott Oh Gott, oh was habe ich getan? Ja Was passiert? Mandus Ich weiß, dass du hier bist Ja Ich habe diese Stadt Ich bin diese Stadt Nein Das ist nicht was ich meine Das ist nicht was ich meine Das ist nicht was ich meine At all Ja Wo kann ich denn hin? Ich kann hier nach oben Äh Bringt mir das was Ja super Ich bin hier nach oben Wegen der Notiz gegangen Oh Mann 25 Oktober 1899 Niemand vermisst die Armen Schmutzig Ich Oh Ich habe die Oh Ich habe Pläne für Simmel Alle Für sie alle wahrscheinlich Wir werden sie nähern Und dann werden wir uns an ihnen laben Ok Nein Also wir werden verfolgt Von den Viechern Gott, hier brennt es Oh Gott Die Burner Street Nein Nein Die Bedeknungen sind Die Hand Die Bedeknungen sind Der Teichern Und sethle Oder Die Bodden Die Würde Und diese Stadt wird scheinen als eine freie, unverdekte Welt. Ey der Typ... Der hat die echt nicht mehr alle. Wo, wo, wo geht's denn jetzt hier für mich weiter? Ich will einfach nur weg hier. Kann ich einfach nur hier so... Weg? Geht das? Einfach raus. Ich komm hier auch nicht raus. Verdammt. Was haben wir hier? Kinder, nicht vergessen! Verschwiegenheit und harte Arbeit ebnen den Weg in den Himmel. Nein. Oh, hier geht's weiter. Okay. Oh, oh, oh. Oh Gott. Was machen die? Verfolgt er mich? Nee. Verfolgt mich doch, wer oder was? 23. Dezember 1899. Ich starre mich im Spiegel an. Den Penis in der Hand. Okay. Mein Spiegelbild grinst mich an. Sein Mund ist voller Schwef... Was? Schwefel... Lost. Altlanar, spottet er. Bist du wirklich so viel anders? Glaubst du wirklich, deine bösen Taten sind schlimmer als der Rest von ihnen? Du bist nur ein schwacher Mann, ein Produkt seines Zeitalters. Derselbe wie jeder andere. Dies ist das Reich Schwachkopf. Dies ist die tötende Dummheit, das natürliche Ergebnis des Sozialdarwinismus. Wenn du böse bist, dann ist diese Welt böse. Du lässt das Blut halt auf die Straße laufen, anstatt es im armen Haus zu verbergen. Du hältst die Klinge und ziehst sie selbst durch. Du bezahlst keinen Handlanger dafür. Dies für dich zu erledigen, wo du es nicht sehen kannst. Wenn du böse bist, dann bist du zumindest aufrichtig böse. Und das alleine macht dich zum Übermenschen. Und so wasche ich meine Hände und gehe ins Bett. Nein! Jeder, der so eine Gedankengänge hat... Nein! Bitte geht zum Arzt und holt euch Hilfe. Wirklich! Nein! Oh! Nee! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht es hier wieder weiter. Oh nee! Wir waren doch schon draußen, jetzt sind wir schon wieder in der Fabrik. Guck mal oben. Ich will doch nur hier weg. Eigentlich will ich nur zu meinen Kindern. Wo ich nicht glaube, dass meine Kinder doch wirklich noch leben. Leider. Ach, ich will doch... Nein! Also, ich hoffe nicht, dass ich das geplant habe, so wie du das jetzt hier durchziehst. Mit den ganzen Monstern. Oh, bitte nicht! Kann ich bitte eine Waffe haben? Also irgendwas, womit ich mich... Womit ich mich verteidigen könnte. Das wäre nice. Was? Das Schwein ist doch niemals schneller als... Doch, das Schwein ist schneller als ich... Kann ich vielleicht jumpen und bin dann dadurch ein bisschen schneller? Ich glaube nicht! Hä? Hä? Das ist ein Problem, wa? Na, jetzt kommt es hier nicht durch, wa? Hä? 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 Jaaa, wo sind die Kinder? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, jetzt gehst du wieder mit dem Fahrstuhl runter, oder wie? Oh, nee! Warum? Da ist doch grad... Wo ist denn das Kind dahergekommen gerade? Da ist doch grad eben noch jemand langgelaufen. Wie? Oh, nee! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott... So, jetzt geht es wieder ab in die Katakomben, oder wie? Also, nee... Ich kann mich nur... Also ich wiederhole mich immer viel gerade. Aber ja, wir sind schon wieder in irgendeiner Fabrik. Oder in den Fabrikgebäuden. Weil wir wollen ja unsere Kinder finden. Zumindest ist das so unsere To-Do, die wir jetzt aktuell vorhaben. Okay. Dann lasst uns unsere Kinder finden und dann aber ganz schnell, aber sowas von schnell, uns hier verdünnisieren. Oder? Also, so wäre jetzt mein Plan. Wo sind meine Kiddies? Da geht's nach oben. Kann ich hier irgendwas drücken? Kinder? Seid ihr hier drinnen? Äh. Ja. Äh. 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 Äh, nur weil du die nicht sehen kannst, mein Freund, heißt es nicht, dass die nicht gut sind. Nur weil du denkst, dass du das sehen könntest. Ja, nee, Gefahr, Verbindung X, kein offenes Feuer, kein, was, unabgeschummte Elektrik. Wo sind meine Kiddies? Okay, kann ich hier irgendwas drücken? Nein, hier ist noch ein Notizzettel. 27. Oktober 1899. Und dann nach oben, ab ins Bett. Ins Bett, zum Umherwerfen und Wenden auf geblähten Bräuchen zu kopulieren und zum Kotzen auf... Auf... Scheiß Lounge, Himmelbett oder Schminktisch. Was? Was ist das für eine Lounge? Egal. Schließlich der Zusammenbruch auf der verschlingenden Matratze, betrunken und betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Falle aus. Menschenschweine, löst die Falle aus. Nur ein gezogener Hebel und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe wird in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlkolben über den Himmel von der Decke fallen, das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für dieses System wird als Nebenprodukt des Vakuums-Ausweidungssystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweineproduktreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. So, und das heißt jetzt hier was? Ach, lass mich raten. Ich muss hier bestimmt wieder irgendwas reinschmeißen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Irgendwas, was schwer ist und was nicht so schnell kaputt geht. Wie das dann? War gar nicht so verkehrt, oder? Jo, cool. Das heißt jetzt, ich kann was machen. Kann ich jetzt wieder zurück? Äh, wir gucken mal. Aha, wir haben hier das auf jeden Fall irgendwie ausgeschaltet. Nicht gut. Jetzt können wir hier wieder nach oben. Das finde ich auch gut. Haben wir jetzt... damit... äh... die... die Sache gesprengt? Äh, okay. Scheiße. Warum ist er jetzt da? Ähm, kannst du... ähm... da lang gehen? Ich muss wahrscheinlich... da lang. ist das... okay für dich? Oder läufst du nur hier im Kreis? Ja. Hab ich mir gedacht. Du läufst hier nur im Kreis. Äh, shit. Ich bin der Meinung, ich muss da hin. Ich muss ihn irgendwie da weglocken. Kann ich irgende... kann ich irgendwas mitnehmen? Wenn ich irgendwo, irgendwo, irgendwo was reinschmeißen? Kann ich irgendwo, irgendwo was reinschmeißen? Äh, lass mal ganz kurz gucken. haben wir ihn jetzt geröstet? Haben wir ihn jetzt geröstet? Den guten Boy? Kann ich... Kann ich jetzt eigentlich auch... Er steht zumindest da drinnen? Ich habe jetzt noch ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt hier runterspringe... Warte mal, wir können ja nochmal das Ding bewegen. Wenn ich das jetzt hier wieder wegmache. Lebt der da noch? So, kurz geguckt. Bewegst du dich dann noch? Oder bist du tot? Sieht aus, als ob du noch atmest. Das gefällt mir nicht. Habe ich die Möglichkeit hier einen Jump'n'Run-Action-Baum zu bauen? Ach komm, wir gehen einfach runter, oder? Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Die Kuttlerei. Die ist noch rot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, warte mal. Die ist alles an. Ja, was ist jetzt an und was ist aus? Was ist aus? Lol. Was auch immer ich gemacht habe. Jawohl. Ich mache hier alles kaputt. Das ist mir... Wow. Okay. Haben wir kaputt gekriegt. Hier auch nochmal. Fluch. Ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Reaktion. Wunderbar. So, und jetzt hier nochmal? Ja, ja, wir machen alles kaputt, Freunde. Wir zerstören hier alles, was geht. Und jetzt? Den Hebelchen drehen, oder wat? Ein Hebelchen drehen? Was hat begonnen? Begonnen? Äh. Wo geht's jetzt hier lang? Hier? Oh. Oh. Hier gibt's noch einen Zettel. 27. Entschuldigung? Natürlich entstehende Hitze wird in die Rohre und Risse dieser Zimmer gespeist. Das, mein Freund, ist der Grund dafür, weshalb wir hier in einer eiskalten Winternacht bloß in Hemden und Westen sitzen, ohne dass ein Feuer brennt. Über unsere großartige, über unsere großartige Unternehmung diskutieren können. Die Wärme in unseren Bäuchen und Zähnen kann man direkt den Bäuchen und Zähnen zuschreiben, die jetzt in diesem Moment unter unseren Füßen durch Dampf, Feuer und Klingen gehen. Okay, Heizung, mal anders. Wunderbar. Okay. Ähm. Wo geht's als nächstes hin? Na, hier waren wir jetzt über. Hier komm ich nicht mehr hoch. Hier kann ich nichts mehr drehen. Also hier hab ich ja jetzt wirklich alles, alles kaputt gemacht, was ich kaputt machen konnte. Ja, also, ist ja... Das ist, das ist okay. Mein Problem ist jetzt eher, wie komm ich wieder raus? Weil geradezu... Nee. Die Kuttlerei. Ach doch. Doch, komm ich raus. Okay, doch, geradezu, okay. Ja, gut. Hab nur nicht richtig geschaut. Oh nein. Okay. 2. Dezember 1899. Ich entferne mich von diesem Tempel, Tempeln, diesem kleinen Steinhaufen unter den Rododendren. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe im kühlen Stein hinter den Altären. 3.000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück. In uralten Steinen geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Es tut mir wieder leid mit dem Vorlesen. Diese Schriftart ist für mich echt schwer zu lesen. Ich zahke und würge und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort, im Abfluss, so klar wie der Tag, ein Spielzeugrückgrat, ganz präzise und intrikat, intrikat, wie das Rückgrat eines Kindes. Oder meint er intakt? Naja, egal. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und lege es auf den Kaminsims neben das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. Kranker Typ. Einfach nur kranke Gestalten hier. Ich bin hier wieder, am Fuß an diesen Städten. Bezeichne ich. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the Jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Ich kann ihn finden, du bist großartig. Ich muss sagen, Herr Manders, meine Erinnerung ist fast unbeziehbar. Ja, ich kann das sehen. Geh diese Weg, Professor. Ich werde gleich hinter dir sein. Manders? Manders, woher du dich gehst? Ich kann nichts sehen. Manders! Wir sind die Pädie, Professor. Wir sind alle die Pädie. Okay. Alter! Wie viel Blut muss denn... Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Ähm... Das sind, glaube ich, unsere Kinder. Ja... Hier haben wir vorhin schon... Schon gesehen, das mit dem... ...Herz. Was? Was? Ich werde dich von deinen Fäden und deinen Fäden sammeln. Ich werde dich in die weißen Wolken sammeln. Ich werde dich zu mir sammeln. Und ich werde dich nach Hause sammeln. Mhm. Blaue Flüssigkeit läuft jetzt durch seine Adern. Und er trägt die jetzt alle nach Hause. Aha. Und das einzige Zuhause ist anscheinend in einem blutvollen See ein kleines Häuschen zu bauen, was aussieht wie eine Gefängniszelle. Ach ne. Er ist ein Fahrstuhl. Entschuldigung. Tja. Weil... Macht ja Sinn, hier so einen Fahrstuhl hier so hinzubauen. Ich sehe nichts. Also, ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber... Wir nutzen mal den Fahrstuhl. Hehe. Und gucken mal, wo wir hinkommen. Oh. Und ich hoffe, dass... äh... Dass unseren Kindern eigentlich nicht das passiert ist, was wir vorhin gesehen haben. Vor allem nicht, dass sie sich einfach ihr eigenes Herz rausreißen. Das wäre echt... echt nicht gut. Echt nicht gut. Echt nicht gut. Hör mich, Mandus. Meine Gehre sind aufgeregt. Mein Sohn ist aufgeregt. Soon, ich werde das Blu-Water spüren. Und spüren die Ecke, die Atom, meine Säule. Und da wird ein sehr großartiges Bärchen, dass wir die Welt machen können. Seid stolz, für das ist deine Arbeit. Und bis du mich in den Blut von deinem, ich war nichts, aber eine Arquitektur rot. Du hast mich gemacht. Und ich werde das Welt machen. Äh... Okay. Warum will er jetzt die Welt wieder... Mann... Warum spielen wir denn eigentlich solche Sachen hier... Jedes Mal, dass irgendwelche verrückten Professoren oder sonstige Geschichten... Irgendwelche Monster mal wieder... Ja... Zum Leben erwecken. Die dann sagen, ja, komm, ich verbessere die Welt. Ich gehöre dazu. Nein. Hör doch einfach auf mit solchen Sachen. Okay. Von hier sind wir gekommen. Was haben wir hier alles? Vakuumsausweiter. Können wir die... Ne, können wir nicht aufmachen. Was haben wir hier? Ist auch ein Vakuumsausweiter. Das sind alles... Alles so ne Dinge? Kuttler... Vormalung. Kuttlerei Vormalung. Okay. Abkochschläuche. Mhm. 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 Die Wurstmacherei. Ja. Die Wurstmacherei. Okay. Genau. So und hier werden dann die Würste gemacht, oder wie? Ja. Also wenn du damit angefangen hast... Ja. Dann... Sollte... Solltest du richtig Schuldgefühle kriegen. Mendes Precising Company Organ Verteiler Tanks Wartungszug. Oh ja. Ist der grad so ein Monster... Mit Strom elektrisch einfach hier so lang gerannt? Oh no. Also ich sag mal so, wenn die sich jetzt selber umbringen... Ja. Also die erschaffenen Monster, die wir da so haben und so... Wär das okay für mich. Ja. Sollen sie sich alle selber... Selber äh... Wegfressen. Cool. Ja. Das könntest du machen. Finde ich... Finde ich... Ist jetzt nicht so schlimm. So, was ich viel schlimmer finde, ist eben halt, wenn das Licht hier anfängt zu flackern, dann ist hier irgend so ein Viech in der Nähe. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö irgendwie Maschinen wieder ausmachen oder so? Oder müssen wir jetzt einfach nur durchrennen? Und finden ab und zu ein paar kleine Notizzettel. Irgendwas passiert? Was passiert hier? Okay. Wir gehen weiter? Ich gehe mal von außen in den... Oh, ich weiß nicht. Panik. Ich weiß nicht wohin. Gott. Warum macht sich die Tür einfach so auf? Niemand da? Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier zu diesen Terminals. Fuck you. Fuck you. Aber ganz großes Leck mir am Ohr. Ja, und er kann sich teleportieren oder was? Ja. Ja, ist klar. Ja, und ich weiß gar nicht wo ich bin, ich sehe nichts mehr. Ja. Und ich bin tot. Wie? Vor allen Dingen. Zick, zick, zack, und der ist dann ganz woanders. Okay, warte. Dann müssen wir uns sortieren. Ach. Dann müssen wir hier mal kurz. Ach. Ach. Jetzt geht's rund. Freunde, jetzt geht's rund. Jetzt machen wir... Jetzt machen wir... Jetzt klatschen wir ihn weg. So, wir rennen direkt... Direkt da hin. Was ich nicht kann. Aber wir nehmen diesen Hebel. Klatsch. So, kleiner Wichser. Ja, hast du dir gedacht, so, ne? Ich renne jetzt in die andere Richtung. Ich hoffe, es funktioniert. So, jetzt geht's hier. Zick, zack, zick, zack. Nein. Nix. Zick, zack, zick, zack. Schnell weg. So ne Scheibe im Gleis lag. Okay. Let's go. Ohohoho. Ich hör dich. Lass mich in Ruhe. Ich... Ich hör dich. Ich hör dich ganz genau. Ich hör dich hinter mir. Blup. So. Aha. Aha. Haben wir ihn erledigt? Komm ich... Komm ich jetzt hier raus? Bitte. Jaaa. Wir kommen raus. Jaaa. Schnell weg hier. Dann schnell raus hier. Gibt's hier noch irgendwas zu lesen? Nein. Nein. Okay. Weiter geht's. Ohohoho. Ohohoho. Nein. Nein. Lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Aua. Oha. Meine Maus. Okay. Hier sind High-and-Seek-Spots. Finde ich nicht so gut. Aber... Okay. Wir kommen mal direkt raus. Oh, meine Güte. Jetzt sind das Ding aber hier zum Ende hin ganz schön... Fahrt auf. Oh. Oh. Wow. Wie stressig. Oh. Nee. So. Hier können wir durch. Okay. Cool. Ja. Ja, das war nichts Gutes, was du da gemacht hast. Bin ich ehrlich. Im Prinzip hat man zwar Monster erschaffen, aber... Ja. Aber im Endeffekt selber ist man auch nur so viele Monster, wie man selber gemacht hat, glaube ich. Alle meine Fehler werden geschehen. Alle meine Schäden wurden weggebracht. Ja, und wie willst du das machen? Du kannst deine Taten nicht rückgängig machen. Die sind leider... Geschehen. Erinnerung, sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Temse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer Totenmutter, kleine Schweinchen, wie sie da schreiend an ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesen Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was dies das Ei meiner Seele? Der Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen. Mich wieder eins zu machen. Den großen Kreis zu schließen und diesen Verrückten abermals in meinen Herzen zu lassen. Und ihm zu vergeben, wie mir selbst. Ja. Ich liebe dich, meine Schüttel, und ich bin sorry. Ich bin sorry für alles, was ich getan habe. Ich habe einfach zu lieben euch alle zu viel für diese Welt. Ich glaube, das geht wirklich jedem Elternteil so. Jedes, also jeder, jeder, der Kinder hat, du hast, die Kinder bedeuten immer... Alles. Ist so. Also, ich kann es nicht nach... Also, ich habe keine Kinder, aber... Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, Mandas. Aber ich habe gesehen, die Zukunft, dein 20. Jahrhundert. Und ich sage dir das, ein viel größer Schüttel erwartet, dass du da bist. Ich will jetzt, wenn die Welt zu retten, Aber jetzt, bevor Millionen fallen hinter der Geschichte, durch die Blase, die Blase und die... Was? Warum? Wo bin ich? Oh, fuck you, ey. Ja, genau. Und jetzt kommt er hier wieder, der Teleport... Das Teleport-Schweinchen. Genau. Und wir müssen hier ein Labyrinth durchrennen. Und der kann sich wieder teleportieren und ist direkt vor meiner Fresse. Ja! Mach doch nicht sowas! Wieder weg! Wo bin ich vor oben? Wo gehe ich jetzt hin? Kann ich jetzt hier nach oben, nach unten, hier durch? Okay. War jetzt... War ein bisschen stressig. Gebe ich zu? Meine Wortwahl lässt zu wünschen übrig. Gebe ich auch zu. Möchte mich auch dafür schon mal kurz entschuldigen. Äh... Ist nicht... Ist nicht... Ist nicht gut. Deswegen, wie gesagt, Wortwahl... War jetzt gerade im... Im Eifer des Gefechts ist das mir leider passiert. Okay, wir können hier noch weiter höher. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, dass wir hier noch weiter höher können. Weil... Muss ja nicht... Muss ich das alles anmacht. Muss ja jetzt nicht heißen, dass es gut ist. Okay, wir machen das mal einfach an. Ich weiß zwar nicht, was... Was das macht. Aber ich... Ich gräbbel einfach mal alles an. So, dich gräbbeln wir hier auch nochmal an. So, damit haben wir jetzt alles angegräbelt, richtig? So, wir nehmen jetzt mal wieder die Leiter runter. Wehe, ich werde jetzt wieder gejagt. Ist mir scheiden, vielleicht ist ja egal. Hier kann ich irgendwas machen. Bitte nicht. Bitte lass ihn jetzt nicht irgendwas spawnen hier. Bitte nicht. Rathus, listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. I am your friend. Was? Was? Nein. Einfach nein. Kann man das ausschalten? Bitte. Lass uns das doch bitte beenden. Ausschalten. Die Maschine. Na ja, guck mal hier. Hier gibt's einen Ausschalter. Kann ich hier irgendwie... Ja, nee. Kann ich nicht. Verdammt. Okay, kann ich hier... Oh, hier bin ich aber langsam unterwegs. Ich kann nicht sprinten. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Mandas, bitte. Ich bin kein mehr schweig als du. Wir haben das selbe. Um die Menschheit zu retten. Um sie zu retten, schuldigen, schuldigen, sinnvollen Leben zu retten. Mandas, stopp. Schau mal, was du tun hast. Für deine Kinder, Mandas. Ich spreche nicht von meinen Kindern, Monster. Ich habe deine Kinder nicht töten, Mandas. Du hast sie in den Tempel gezogen. Wissen, was die kommende Jahrzehnte machen würde ihnen tun. Du wirst du sieben, schuldigen, 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 auf den Banken der Somme. Du hast sie versucht, zu retten, aus dem Horror zu kommen. Das ist die Vision, die wir haben. everything we have built to a fair you and I are one we are the same our souls are entangled we deserve to make them free oh no oh no oh 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 da sieht alles nicht gut aus okay okay was passiert jetzt hier? oh Was? 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 Ich? Wo? Sie? Was? War Sie? Exblocks! Bisschen die Schlüsse in deinen Rippen und sie werden dein Herz essen. Also ich hoffe nicht, dass es irgendwie ansatzweise mal eine Vorstellung im 19. oder 1899 wirklich war. Eieieie. Okay. Bitte, Bandersnow, für eure Kinder. Lass mich raten, wir machen das jetzt selber. Da rechts und links von unseren Kindern. Oh nein. Okay. Was passiert? Also ich hab den Knopf gedrückt, ne? Oder muss ich das nicht sagen? Okay. Haben wir uns jetzt selbst umgebracht? Also wir haben uns ja in die Maschine da gesetzt. Aber wir gucken mal, was kommt. Ich weiß nur, dass links und rechts unsere Kinder waren. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt gucken wir mal, ob es noch weiter geht oder ob wir uns jetzt selbst umgebracht haben oder verwandelt haben. Und wir sehen uns, dass die Gott, die ich gegründet habe, die ich gegründet habe. Und dann, wenn wir als kalt, als die Stein, wir haben den Körper gegründet haben, wenn die Lichts, die sich nicht alle extinguiert haben, wir hörten, in der silenten Distanz, die Man-Pig singen, zu einem anderen. Dann, als die letzte Lichts, die sich gegründet haben, und wir zusammengekommen in der Deep, sie dritten, und alles war silent. such a silence I have never known and as the dust settled on my open eyes and we lay together embraced forever I heard miles above us the sounds of the city turning over in its sleep a church bell ringing out and in that moment the new century was born amnesia a machine for pigs man muss ganz ehrlich sagen ein sehr verstörendes, krankes Spiel wenn man sich wirklich alle Sachen mal so verinnerlicht, was da passiert ist und wie der ganze Ablauf war meine Fresse das war richtig fies folgende Personen haben für ihr Vergnügen und ihre Würdigung daran gearbeitet das Drama ist das Werk von ja Hut ab dafür, die Story ist richtig böse jeder der gerne Horrorgames spielt, sollte vielleicht auch diesen Teil spielen und ja, ich hoffe dennoch ihr hattet heute ein bisschen Spaß bei der heutigen Folge das war dann der zweite Teil von Amnesia es gibt aber noch einen dritten Teil von Amnesia der nennt sich Rebirth da werden wir mal gucken, dass wir den eventuell auch noch aufnehmen und den dann auch noch mit raushauen aber das glaube ich wird noch ein bisschen im Moment dauern, bis wir damit fertig sind ansonsten lasst uns gerne wissen, ob ihr wie gesagt das Format mögt in den Kommentaren wir haben das Ganze auch parallel aufgenommen auf Twitch ja, wer jetzt da was verpasst gerne mal bei uns unten in Twitch mal reingucken wir haben es unten in die Kommentare mal mit reingeschrieben den Kanal und zusätzlich haben wir auch seit neuestem, nicht vergessen, Instagram ja, da werden auch verschiedene Sachen immer mal gerne angekündigt das Ganze macht der Steve bei uns gerne mal Benni und Steve suchen auf Instagram und da seht ihr dann aktuelle Bilder von uns oder halt auch Projekte, die wir dann so langsam Stück für Stück angehen und da vielleicht schon mal so ein bisschen vorbereiten ansonsten, äh, wünsche ich euch einen schönen Tag ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß, wie gesagt und wir sehen uns einfach bei einem nächsten Projekt und bis dahin sage ich erstmal reingehauen bei uns bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal wie das mal Vielen Dank.